Da ist es, Leute! Still Wakes the Deep, das Spiel für heute. Ein Spiel, wie schon gesagt, von den Machern von Amnesia, A Machine for Pigs. Ist ein recht tolles Spiel, teures Spiel, dafür, dass es jetzt ein Indie-Ding und recht klein ist. 35 Euro hat es gekostet, sieht aber optisch auf jeden Fall sehr, sehr sick aus. Und wir sind wohl auf einer Boorinsel unterwegs, können da irgendwie nicht weg, wieso, weshalb, warum. Und irgendwas Unbekanntes, Gefährliches ist dort auf dieser Boorinsel unterwegs, was Jagd auf uns macht. Und ja, ich bin gespannt, was es wird. Dachte, ihr sagt jetzt 70 Euro. Nein, so vier, fünf Stunden Spiele im Indie-Bereich kosten halt super selten so viel. 35 Euro ist eigentlich schon bei dem Genre oberste Preisklasse. Habt ihr das schon irgendwo gesehen, Chat? Kam vor drei Tagen raus. Für 35 Euro muss mich das jetzt absolut umhauen. Ja, ich hasse es eigentlich immer, den Preis von Spielen zu nennen, weil dann genau das passiert. Dann gibt es hier Leute, die dann erwarten, was richtig krass ist, weil es ja mehr Geld gekostet hat und so. Und dann gibt es immer wieder dieses Argument von wegen, dafür so viel Geld würde ich niemals ausgeben. Und Robert, Dankeschön für 27 Monate. Noch nie gehört, aber ich konsumiere außer Freitag kein Horror-Content. Ja, ich dachte vielleicht irgendwo die letzten Tage irgendwo bei irgendeinem anderen Stream mal gesehen oder so. Was dazu? Ich hab selbst noch gar nichts dazu gesehen. Näher war, hat er davon gehört. Weiß nur, dass Machine for Picks nicht gut ankam bei Amnesia-Fans. Echt nicht? Ich dachte, das soll gut sein. Also ich hab immer wieder über die Jahre ständig immer hier im Stream Leute mitbekommen, die immer reingekommen sind und haben gesagt, spiel das mal, spiel das mal. Das ist so geil, das ist so geil, spiel das mal. Und die Amnesia-Entwickler fanden das ja selbst so geil, dass sie es sogar zu einem offiziellen Werk gemacht haben. Das war ja ursprünglich nur eine Mod. Und dann haben die es einfach gepublished und haben gesagt, jo, wir übernehmen das jetzt. Das ist jetzt ein Teil unserer Welt. Ist jetzt Canon. So. Hier kannst du, äh, ich denk mal, das linke soll kaum sichtbar sein. So. Also. So ist es jetzt für mich kaum sichtbar. Das heißt, für euch nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich geh noch mal Stufe höher. So sollte, glaub ich, jetzt gut für euch sein, oder? Äh, bestätigen. Okay. Beides kaum sichtbar. Wie beides. Da waren drei Symbole. Drittes hab ich null gesehen. Ja, das dritte sollte man, glaub ich, noch so leicht sehen. Naja, egal. Äh, Untertitel an, ähm, ich brauch genau größer. Wir brauchen große Untertitel. Untertitel Geschwindigkeit. Gibt hier die gewünschte Anzeigedauer für Untertitel in Wörtern pro Minute an. Okay. Ähm. Schriftart. Okay. Ich kann eine Font aussuchen. Junge. Ich mag die hier. Äh, spielt wohl auch in Schottland, Leute. Also im fiktiven Schottland. Dementsprechend, äh, haben wir einen richtig nice schottischen Dialekt am Start. Machen wir einen Schlagschart noch rein, damit man das besser sieht, I guess. Oh, wir können die Farbe sogar noch anpassen. Oh, Junge. Hier einfach Anime. Ähm. Okay. Und wieder rüber. Ich weiß nicht, wieso es die ganze Zeit wichtig ist, meinen Namen überall einzublenden. Ständig steht überall aktiver Nutzer Keggy. Scheint wohl wichtig zu sein. So. Oha, Ricky. Dankeschön. Hinweise anzeigen. Nö, wir schaffen das schon, ne? Äh, Standard, ja, Standard. Okay. Let's go. Ich kann noch nicht glauben, dass du nicht bist. Was denkst du? Gehen zu diesem Ort? Ich wünsche dir, dass du dich nicht in diese Verlust getroffen hast, aber du hast. Was ist sehr leise, ne? Sehr leise, ne? Ich will nur, dass es vorbei sein wird. Ich will dich nach Hause. Die Mädchen wollen dich nach Hause, aber... Wenn du nicht mit uns beschäftigst, dann sind wir gut gemacht. Okay. Ich liebe dich. Ich denke mal, die Ehefrau, ne? Ich will nicht immer warten. Ja. Seuss. Die dem Malocha einen Brief geschickt hat, ja. Jesus, Seuss. Seuss. Mädchen, du hast eine Weihnachtsmuskarte. Oh. Oh, fuck. Merry fucking Christmas. Hat nicht lange gedauert, bis er flucht. I'll be there in a minute, Trotz. Aye. Well, didn't wait too long or someone will be up with you. Aye. All right. So, kann ich noch in Optionen lauter stellen? Nee, ist alles maximal. Es ist so leise, ne? Ich habe maximale Stärke gerade an Chat. Thames, Dover, Southwest. Audiobalance. Aber es ist so leise irgendwie. Vielleicht wird es gleich noch lauter. Vielleicht ist nur das Intro so leise. Okay. Das ist unser Zimmer. Auf der Bohrinsel. Das ist cozy, oder? Ach, Moment, wir teilen das noch mit jemandem. Ja, okay, dann doch nicht so cozy. Okay, so ein enges Zimmer mit jemandem teilen. Ah, vielleicht doch nicht so cozy. Hat der Brie's von eben, ne? Sorry, Gettos. Also, ich kann theoretisch für mich lauter machen und für euch auch nochmal nachträglich lauter machen. Per Filter. Also, ich höre jetzt nicht so laut, wie ihr hört. Ihr hört jetzt anders laut als ich. Deshalb kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob das für euch zu laut, zu leise ist. Ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite, weil es scheint wohl Text immer auf der rechten Seite zu sein. Okay. Mary Chrysler. Kann man? Okay, Gettos, sorry, dass es die ganze Zeit in die Einstellungen gehen muss, aber Motion Blur muss aus. Das sieht schrecklich aus. Das sieht schrecklich aus. Haben wir noch irgendwas zum Schauen? Nee, ne? Sieht halt jetzt nicht mehr so filmerisch aus. Sieht schon sehr hübsch aus, oder? Ich fühle mich wie auf einer Bohrinsel. WC, Duschen, Dachzugang. Okay. You are here. Okay. Unser Raum ist 108. Sieht aus wie eine alte Schule. Okay, warte noch mal kurz, Chad. Sieht nicht viel schlechter aus, oder, Chad? Aber ist von den Frames jetzt viel angenehmer, ne? Kelly und Douglas. Können wir nicht rein. Wie heißen wir? Nee, wir sind alleine, Chad. Momentan. Der McLary. Strong together. Quite right, Tross. An Management und Vorstand von Kadal. Z-H-M-R-D-Renig. Anlageleiter Bayra D. Von Novo, Kadal. Ja, auch was auch immer, Alter. Sehr geehrte Herren. Die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee. North Sea Oil Workers Union. No. N-S-O-W-U. Okay. Zweigestelle. Zweigestelle. Aberdeen informiert sie hiermit gemäß des Trade Union and Labor Relations Acts von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu beschreiben. Junge, ich kann nicht lesen. Was ist denn los? Wirklich, ich habe einen Schlaganfall, Junge. Wir fordern sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für unseren triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Arbeitskampfmaßnahmen? Okay, was ist hier los? Memo der N-S-O-W-U. Jo, Anna, Dankeschön für 65 Monate und hi. Join your union. Glasgow Gazette. Linwood told to accept deal or else blah, 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 okay. Ja, wir haben wohl 1975, Chad. Mary Chrysler. Union Meeting ist am 19. Da geht es auch nicht rein. Junge, wie der atmet. Ich bin zwei Meter gelaufen, der ist schon am Hecheln. Ja gut. Derjenige, der hier gewohnt hat, der hat auf jeden Fall kein schönes Leben hier gehabt. Der O'Connor. Wer ist hier? Henderson! Davy muss er nach Hause zurückgezogen haben, letzte Nacht. Okay, Kaz. Ich bin okay. Was machst du da? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's fallen apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Renick. Cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Renick got a letter this morning from the mainland and he's been up to a high doe ever since. Heard he's gunning for you? Well, that's just brilliant. Christ, I need a smoke. Möchte jemand im Chat den Fuck-on-Fucking-Counter übernehmen? Ich glaube, das werden wir in dem Spiel sehr oft noch hören, auf keinen Fall, ich hab gesammert, so weit kann ich nicht zählen, Klapps auf den Arsch, Patz Junge, sehen uns später, mein süßer, Grant, Gibson und Dobby, der wohnt hier mit einem Hauself? Der Tam Ui, sexy Kalender, far out Ja, mit den Lichtern und so, ist cozy hier, mit dem Schmuck und den Lichtern Keggy belästigt Kollegen, nein, wir sind hier so, auf dieser Bauinsel sind wir alle so Kurzmitteilung, das gesamte Personal in Aberdeen an das gesamte Offshore-Personal, aufgrund der verspäterten Lieferung durch das Bayra-Ölfeld und der laufenden Streikaktion hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr 1975-76 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Frohe Weihnachten, Bernard Cummingham, Vorstandsvorsitzender. Okay. Meint ihr, auf so einer Bauinsel verdient man Gutschat? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Mein Mann ist so weit, so weit weg von zu Hause. Kann mir vorstellen, dass die auch hier sehr oft einfach billige Arbeiter herholen, die dann die Drecksarbeit erledigen. Doesn't he surprise me, prick? Aha. Stop immigration, reject common market, restore capital punishment, make Britain great again, scarp overseas aid, rebuild our armed forces. Okay, ich sage Politische Chat. Nein, diese NF-Sticker gefallen mir nicht. Auf dem Ölplattformen sind zudem Kosten und Logis frei. Das Essen ist vom hohen Standard und liefert täglich viermal warme Gerichte. Das monatliche Nettogehalt für eine einfache Hilfskraft in einer Bohrmannschaft liegt bei ca. 3000. Okay. Oh, hier wird Sport getrieben. Wann spielt das Spiel? 1975. 1975. Okay, ich kann jetzt, Mann, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Jetzt ist mein Ziel immer oben rechts in der Ecke. Warte, vielleicht in die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich hier Untertitel verdecke. Das Menü ist überall. Mann, ey, können bitte Videospieleentwickler ihre Spiele so entwickeln, dass Streamer sie streamen können? Oh, ich kann hier drüber. Okay. Was war mein Ziel? Geh zur Kantine hinunter. Alter! Hapa, Hapa! Ich habe auch mies Hunger, ey. Ich habe heute irgendwie den ganzen Tag Hunger. Wollte noch... Hab... Kantine auch schön geschmückt. Scheiß Gamedevs machen ihr Spiel. 35 Euro nicht perfekt für Streamer halt wirklich. Hapa, 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 Hapa. Oh, der Rec Room. Darts Tournament. Ei! Alter, ich liebe Darts. Wer ist gerade im Finale? Finally in Brody. Jetzt in dem Finale. Taschenlampe habe ich noch nicht, ne? Okay, komisch. Ich kann mit... Ich kann mit dem Stick mich drehen, aber sobald ich loslasse, dreht er sich wieder zurück. Okay. Heute nichts Interessantes in der Glotze. Okay, Spam Cakes. Oh, das ist die, die was zu essen gibt. Christmas Dinner! Fish and Chips. Du, 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 du. Ist mittlerweile von der Lautstärke okay, Schatz? Jetzt, wo ich lauter gemacht habe für euch. Friday Jukebox. Is top, is top, is okay, perfekt? Okay. Weil ich kann jetzt nicht so hören, wie ihr hört. Wieso steht da unten... Divorce. Ist das eine Band? Can't you give anything? Das ist der Songname. Ah, okay. Da ist... Ich kenne auf jeden Fall einen. AC, DC, T, N, T. Den kenne ich. Können wir noch eine Runde spielen? Was ist das denn? Kennt ihr das Spiel, Chat? Das sieht ja interessant aus. Irgendwie eine andere Art von Billard oder so. Das will ich spielen. Die... Hallo, mach doch mal den Kühlschrank hier zu. Oh, Mann. Ich kann die nicht zumachen. Ja, ist irgendwie noch mit... Mit irgendwelchen Zahlen. Und dann hast du hier noch irgendwelche Zahlen. Und... Da sind noch irgendwelche Zahlen. Irgendwas mit... Irgendwie mit... Was mit Punkten oder so. Hier ist auch noch eine Zahl. Da hinten sind Zahlen. Okay. Wie das Level in Mario Sunshine. Hier. Wir kennen die Drill. In fact, du könntest sagen, wir sind eine gut gebootische Maschine in jedem Sinne. Nicht nur ist... C, A, D, L. Der weltweit steigende Pionier in technischem Wissen. Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist auch der Nummer 1 Energie-Provider für den Vereinigten Königreich. Golfbillard. Ja, der Weihnachtsbaum sieht ein bisschen traurig aus. Kantine ist da hinten. Boorinsel-Billiard. Ah, so heißt das Spiel. Das kann man nur auf einer Boorinsel spielen. Na? Ui. Mooi, Männers! Wat wurde uns heute getauert, hä? Oh, Christ. Gibbo! Gibbo! Okay. Singleplayer-Billiard vielleicht. Du kannst doch Billiard auch im Singleplayer spielen. Man, I hope it's some leftovers. Christmas Day Menu. Start is. Okay. Queens King Scotch Brove. Maine Rose Turkey. Haggis. Okay, okay. Achso, hier steht auch rechts auf Deutsch. Aber ich darf mir kein Essen anschauen. Ich hab mega Hunger. My date's safe. How about you? Boah, hier ist alles voller Essen. Wir müssen hier weg, Chad. Jason Rico. Dankeschön für vier Monate. Hey, Keggy. Du warst auch ein Fan von Paragon, oder? Und, oder? Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. für you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the Lecky, thanks. No great and tight spaces and it's blowing a gale out there. Really following the lad with confidence there, Kaz. Ja, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Digga, gefühlt ist das ein Synchronsprecher, oder? Ich kann die ganzen Stimmen nicht unterscheiden. Es klingt so, als wir die ganze Zeit derselbe Typ reden, aber es sind einfach drei Leute gerade gewesen. Vorhin waren es vier. Alle klangen gleich. Es ist super schwer, die für mich irgendwie gerade auseinanderzuhalten. Oh Mann, Schett, ich hab Hunger. Wieso sitzt du alleine? Ja, na? Enjoying your last day, McCleary. Was's that supposed to mean? You've been a naughty boy from what I've heard. Ach, geese piece. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you're not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hair dryer. Ha, 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 ha! Watch your mouth, McCleary. Ok. Ist eine coole Truppe, oder? Ich wusste gar nicht, dass sie auf einer Bohrinsel auch tauchen gehen. Ich stelle fest, ich habe absolut keine Ahnung, was man da so macht. Naja, du hast eine Insel im Wasser, wo ganz große Bohrmaschinen und Pumpen in die Erde reingehen. und dann müssen natürlich auch leute mal runter gehen und die halt warten ich glaube das pure horror wenn man eine frau ist ich glaube du bist es ist überall purer horror als frau und in der arbeitsverhältnis nur mit männern seien wir ehrlich der schweiz sound of davy rennick es ist ein verständnis Ich bin froh, Kaz. Du hörst von Suze. Sie spricht über Gewalt. Oh, ich bin sorry, Kaz. Sie wird nicht mehr so sein. Nicht wenn ich in die Verkaufung bin, sie wird nicht. Vielleicht hätte man das gedacht, während du in die Bille Chamberlain warst. Der Mann schlagt, Suze, er hat es zu kommen. Und da ist er! Er fließt wie ein Butterfly, stings wie ein Bee, und schweizt wie der Teufel selbst. Hör, Mann. Selbst wenn es die Polizei ist, vielleicht ist es besser, zu gehen und zu erheben. Ja? Ich weiß nicht, Roy. Ich bin fucking Scannock mit der ganze Sache. The Lord loves your mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks Dobby. Oh, Trotz says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that, McCleary. VfL, hab ich recht. Oh. Also wie es scheint, hat unser Charakter sich irgendwie geprügelt mit jemandem, der seine Frau beleidigt hat und deshalb fliegt er wohl von der Bauinsel morgen. Und die Frau will sich von ihm scheiden. Ja, wenn er jetzt nach Hause kommt, ist alles wieder gut. Oh Mann, Shit. Oh, jetzt in irgendein All-You-Can-Eat-Restaurant und sich reinsetzen und sich so vollfressen, bis man fast kotzen muss. Boah, ey. Wäre so geil jetzt. Okay, wir gehen aufs Deck. Ich denke mal, das muss ich mir nicht merken. Aber so ist das Ding ungefähr aufgebaut. Squid, Dankeschön für 21 Monate. Zwar kein Geld für Elden Ring deals sie, aber für Sub reicht's allemal. Vielen Dank, Squid. Dankeschön, Mann. Von der Umschreibung krieg ich hart Hunger. Das sieht so lecker aus. Ich hasse Spiele, wo Essen gut aussieht. Okay, da können wir raus. Und hier geht's nicht mehr weiter. Okay, dann lass uns rausgehen. Moin, das DLC bums mich schon richtig. Ja, mich bums aus komplett. Letztens ein E-Mail bekommen, dass die Subs teurer werden. Bekommst du dann auch was ab oder geht das alles direkt in die gierigen Taschen von Twitch? Nee, die werden, ich krieg auch mehr. Die werden teurer und ich krieg auch mehr, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Die gehen halt zurück zu ihren alten Preisen. Helm ist wichtig. Überquere das Deck überquere das Deck und geh zum Büro von Rennig. Okay, Chat, jetzt noch mal kurz testen. Wie merkt euch das Bild? Ich stelle jetzt wieder auf Qualität. Wie viel besser sieht das aus? Speichert das in euren Augen ab. Und jetzt macht die Augen zu und ich ändere das Bild. Und jetzt Augen auf. Seht ihr den Unterschied? It's the same picture. Okay, Ricky hat zwei Screenshots gemacht. Schick mal. Weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie kaum ein Unterschied ist. Wir verlieren irgendwie nicht wirklich an Qualität, wenn wir auf Performance spielen. Das DM, okay. Ja, das eine ist halt schärfer, ne? Das andere ist ein bisschen weicher. Hinten bei den Lichtern und so sieht man das ganz gut. Und hier rechts beim Kran sieht man das auch ganz gut. Das ist minimal weicher. Aber stört nicht, oder? Sieht trotzdem gut aus. Die Kack-FPS-Scherne mehr. Ja, die geringen FPS machen das ja auch ein bisschen filmerischer, ne? Okay, Chat. Wir testen die Boundaries des Spiels. Okay. Man kann nicht einfach runterspringen. Okay. Okay, können die runterklettern? Mich hat Grafik in den Spielen noch nie gejuckt. Ja, bist du auch ein Opfer. Ich meine, in den Spielen, wo die Grafik am Flexen ist, da will ich ja erst recht das Maximale rausholen. Das ist ja eines der Selling Points. Das ist so geil aus, das Spielen. Okay, dann darfst du uns runterklettern, okay? Würdet ihr auf einer Öl-Plattform arbeiten wollen? Boah, ich hätte gar keinen Bock drauf. Also kommt drauf an, in was für einem, ähm, wie es bei mir auf der sozialen Ebene aussieht. Wenn ich keine Beziehung habe, keine Familie habe, würde ich es machen. Aber ansonsten schwierig. Ich werde dort Mobbing, wäre dort Mobbing-Opfer Nummer eins. Ja, bei sowas, äh, bei so, so in einem Szenario kann ich mich auch gut vorstellen, dass, dass es richtig, richtig ätzend kann, sein kann, wenn du mit beschissenen Leuten arbeitest. Dann bist du dann irgendwie sechs Monate mit denen am Stück die ganze Zeit zusammen. Vergiss nicht, man muss nur 14 Tage arbeiten und hat dann 30 Tage frei. Ich denke mal, das ist nicht bei jeder Boorinsel so und auch wenn, du kannst in diesen 14 Tagen ja nicht nach Hause. Ja, jetzt, du bist ja hier einige Monate. Ich denke mal, hier gibt es nichts zu entdecken, zu looten oder so, ne? Ich muss nicht so mich umschauen. Hey, Murphy. Ich denke mal, ich werde mich fragen, McCleary. My office, now! You need a hand there, fellas? McCleary? No. I can scalp in this hero by myself. No, we're all right. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You'd give me less lip. No. Who loves it? McCleary, my office. Don't make me ask again. You're in a better mood today, is he? You'll be all right, guys. We'll get used to it. We all get a ton. Try not to punch him. Nae promises. Give me a minute to check. It needs fame again. I can see through here. Well, crew, I love that. Ready to love it even more. You're telling him. I told him last time. This one's all yours. That's a good job. The job is super intense. Man übernimmt mehrere Rollen und arbeitet rund um die Uhr, außer man schläft. Aber dann hast du 14 Tage frei und kannst die ganze Zeit switch spielen. Er soll schottisch sein. All right, Roper. What's the problem? We usually see you down here. Ah. Drohls actin' up this morning. Not the crew running around like blue ass flies. But they cannot make head or tear of it. Is that you's behind schedule then? Oh, not yet. And not if the gods are smiling on us. So mere fuck than ever. Poor as fucked as you by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Dreh dich wieder um. Am Nacken sieht man's. Wir müssen's kurz einmal nochmal ändern, okay? Ich will mir die Schatten anschauen. Nein, nein. Well, how long will that take? Mortals end, but might be two, three weeks before shipwike. I can patch it, but we need to keep an eye. Maybe say a prayer and all. Seems like we're doing noise. Wir müssen schon mal die Wege hier auswendig lernen. Ich muss später bestimmt hier vor Monstern abhauen. Stay on the path, mate. A cargo-hist will trust you if you get close. Wo willst du Horror-Auspekte spielst? Was ist die Story? Findest mit uns heraus? Was ist die Story? Jesus, Scooby. Give me a heart attack. Sorry, mate. Can I ask a wee favor? What do you need, Scoob? Oh, could you do me a quick fix on the crewleth fuse box while you're down there? Aye, nee, boah. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the fish get you down, alright? Thanks, pal. Das ist schon ein Tutorial-Chat. Müssen wir später ganz oft machen, bestimmt. Oh, oh, oh. Die Schweine, die das aufbauen mussten, hatten wirklich Horror. Boom-Go ist voll drin in der Öl-Plattform-Lore. Also, du kannst uns dann wichtige Dinge über die Öl-Plattform erzählen, wenn irgendwelche Begriffe genannt werden. Jetzt kriegen wir Anschluss. Äh, listiger Laugen durch im YouTube-Chat vor 17 Minuten. Nein, du hast noch nicht so viel verpasst. Sorry. Peace now. Okay. I'm in a meeting. Oh, die da wird uns gestoßen. Oh, die da wird uns gestoßen. He's got a problem with everything. I don't care if it feels half. Just fucking do it! Or I'll come down there myself. Trouble with the missus. You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the police. I'm good with the lecky. I keep things running. und du sagst es dir selbst. Outsch! Geh aus meinem Rigg! Nein. Happy New Year to you too, you cunt. Cunt. Jetzt sind sie zu Wasser, springen nach Hause, schwimmen, ja. Die bohren jetzt ein Ei von einem Viech auf oder so und das jagt die dann über die Bohrinsel, genau. Irgendwas Böses haben sie ausgegraben. Well. No more running for you guys. Ich liebe dich, mein Mann. Mirko, im YouTube-Chat. Wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Du darfst keinem Streamer-YouTuber vertrauen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, die sind schon bereit, mich nach Hause zu fliegen Oh mein Gott Gregi Jesus, just hang on Fuck, fuck Und jetzt sind irgendwie so drei Monate vergangen Okay, die haben schuld, die haben Die haben schuld Guys Christ, he's got gold Shit, guys Get his legs We can't leave him out here Move, fuck Kaz I think he's deep We've got you, man, all right? We've got you He's breathing, thank Christ Kaz God Wake up, Kaz Why is he not weak enough? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz Drei Monate später Und jetzt wacht er auf und das ganze Schiff ist schon leer Und wurde von irgendeinem Monster gefressen Ha? Oh, blockt Kaz Ich brauche deine Hilfe hier Also mit solchen, mit solchen Dingern fahren die dann nach unten und machen Reparaturen, I guess Und da ist einer von unseren Männern drin und die kriegen den nicht mehr raus Vielleicht ist er mit irgendeinem Vieh gerade da drin Irgendein kleines Vieh ist mit ihm gerade da drin Oh mein Gott McCleary Thank Christ You all right being up on your feet? My heat's killing me, but Christ Aye, aye, I think so You got me out Did you get Gregor? I got you, aye I couldn't find Gregor Fuck I'm sorry, Kaz Jesus He's not the only one we lost Oh, no, no, no Raphs is still in there Why aren't these working? Kaz I need you to help me Kaz What? Right Aye, what do you need? The cable's stuck Go down and release the main break Then come back up and raise the bell If you can get it to my level I think I can get them out Aye Okay Yeah, that was you gerade runtergefallen ist bestimmt nicht so wichtig gewesen Das war irgendein Scheißrohr, irgendein Schornstein Kann man neu bauen Hier ist jetzt nichts Wichtiges Bei einem Stromausfall Kann ich bitte lesen Bei einem Stromausfall oder einem Verhaken der Winde Wird automatisch die Windensperre ausgelöst Nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung Beziehungsweise dem Entfernen der Blockade Muss die Windensperre manuell entriegelt werden Schritt 1 Windensperre auf untere Ebene entriegeln Schritt 2 Winde über Windensteuerung auf andere Ebene bedienen Gefahr Zulässiges Gesamtgewicht 3 Tonnen Ja, wir holen dich gleich raus Alles gut Jesus Das ist es Komm zurück und wimmst die Bühne jetzt Der Luion, danke schön Für 15 Monate Okay, ich dachte, er bewegt sich da nicht mehr drin What's going on, Brodie? What happened? Don't know The drill hit something An air pocket or gas explosion, nobody knows But whatever it was But whatever it was It was big You were lucky, trust me Douglas is trying to find out mehr Like if the bear is even safe now Like if the bear is even safe now What's wrong with Raphs? From here Where's engineering for here? I've never been doing this end before The only way you'll get there is to go under the rig Should be a clearer path down there Also, so gesehen Bin ich ja eigentlich gefeuert Und das ist ja so gesehen jetzt nicht mein Job Außer er möchte mich wieder einstellen Dann helfe ich gerne Wie viele Facks haben wir schon? Hat jemand gezählt? Unter der Plattform Alter Gelb Gleich regen sich wieder alle Gamer auf 26 Mal Hast du gezählt? What? Voila Wieso fällt das Ding denn runter? Ich war zu schnell Jesus fucking Christ Okay, ich dachte, ich muss links landen Auf der kleinen Plattform Wir gehen einfach runter, oder? Fuck Wir gehen einfach hier lang Wo kommt das her? Achso, hier Huch In die falsche Richtung geguckt Oh, ich dachte, das sind Tentakeln Lol Was ist das denn? Die haben da irgendwas hochgepumpt Und es ist hier rausgebrochen In Zacken sieht man da irgendwas schwarzes Und hier oben wird es auf einmal zu so einem komischen Sollen das Haare sein? Sieht haarig aus, oder? Aber da oben Sieht es aus wie Wie jetzt Schleimiges Was ist denn mit meinem Mein Screen wird immer Ist ja gerade irgendwie ganz komisch Ganz komischer Effekt Ja, er kriegt ein Events Öl im Auge Also dafür will ich nicht nur meinen Job zurück Sondern auch eine fucking Gehaltserhöhung So Ja, und das ist da jetzt oben reingebrochen alles Jesus Verfickter Christus Chat, ich habe so das Gefühl, wir werden hier nicht lebend rauskommen Hass ist, wenn mein Freund das Feuerventil anlässt Das ist hier aufgebrochen Da ist ja wahrscheinlich irgendwas drin Was, wenn es in Kontakt mit Luft kommt Dann sich entzündet Scheiße Ich habe das Kick-Time-Event verkackt Quick-Time-Event verkackt Oh nein, U-Sack Oh nein, U-Sack-Mehmet Scheiße Ich will den you fucking see again Hä? Ich habe doch gedrückt Wie ein Drücker Wie ein Druck-Weltmeister habe ich gedrückt Scheiße Ich will den you fucking see again Fun-Fact über Bohr-Inseln Die meisten schwimmen im Meer Und sind nur über Kabel am Boden befestigt Ich dachte, die stehen Die stehen eigentlich Aber das ergibt Sinn, ne? Weil wenn die stehen würden Dann müsstest du es ja richtig, richtig lange Beine bauen Scheiße Dein Boy hat das Spiel gespielt hier? Musgrau? Ja, ich halte L2 Was glaubt ihr, was ich mache? Ich weiß nicht, ob ich L2 nicht mehr halten darf Oder halten darf Okay, diesmal habe ich L2 nicht losgelassen Ich denke, ich darf L2 nicht loslassen Christ Du bist ein Buss Oh, fucking hell Oh, just get across Sagst du, L2 losgelassen ist Ja, wenn das steht Ich soll L2 drücken fürs Kriegsein im Event Dann lasse ich alles los Und drück nur L2 So sind meine Gamer-Senses Ist auch von der User-Erfahrung nicht ganz zu Ende gedacht Wofür dann eigentlich die 35er reitende Klappe Casual Eingang Until Dawn hat er gespielt Aber bald kommt auch das Remake Das ist eine lange haarige Nudel Ich freue mich schon auf das Remake Unser Chef lebt noch, Chat Ja, ich habe das Problem mit dem Bohrer gesehen Ja, ich glaube auch, das wird nicht so schnell wieder gefixt Das Problem mit dem Bohrer Aber ja, ich freue mich auch auf Until Dawn Ich habe es ja nie selbst gespielt Nie selbst gestreamt Ich habe es immer nur irgendwo anders gesehen Ich finde es zwar immer noch weird, dass sie das Remaken Weil das OG sieht eigentlich immer noch gut aus Mal gucken, ob die das auch erweitern vielleicht Noch irgendwie story-wise noch ein bisschen was Neues machen Taschenlamm waren wir noch nicht Until Dawn war eine unterhaltsame Shitshow, ja Das wird super Wir machen auf jeden Fall wieder einen normalen Run Until Dawn Und einen Run, wo Ich versuche, so viele wie möglich umzubringen Eieieieieiei Okay, da geht es nicht mehr weiter Ah, vielleicht kann ich es noch seitlich so rüber Sag mal doch, Fan Dankeschön für deinen Prime-Sub Und Hi Und Chili-Dogge, Dankeschön für 19 Monate Hi Ja, bisher Kletter... Sind die... Ist die... Das Gameplay des Spiels Klettern Viel Klettern Vielleicht müssen wir später noch so gegen, wenn das... Wenn irgendwie dieses Monster oder was auch immer hier ist Oh, da schnappe Von dem dann weglaufen und dabei so parcours-mäßig Durch die Bohrinsel klettern Das ist sick Okay, wie mache ich die jetzt an? Dreieck Ui, das ist wirklich sehr dunkel, Chat Das ist überdurchschnittliche Dunkelheit Das Lighting sieht schon sehr geil aus Das ist wirklich sehr dunkel, Chat Mal kurz Test Ohne Taschenlampe Ist komplett schwarz Okay The fuck is that? Okay Okay, was glaubt ihr, Chat? Wird das wirklich ein Monster sein? Oder ist das irgendwie so ein Parasit, der jetzt alle befällt? Und wir jetzt quasi Zombies haben werden? Und hey, Robert Parasit? Weil das sah ja... Diese Tentakelnviecher sahen ja aus wie wirklich... Wie irgendwie... Etwas, was vielleicht jemanden infizieren würde oder so, ne? Ja, ich finde auch Parasit wäre lame Stopp fast Ich will ihnen richtig ekelhafte Monster-Designs haben Nicht Menschen Ich hasse Menschen Lass das nicht genau erholen Weck jetzt, wir gehen wieder zurück Habt ihr Carrion? Habt ihr einen gespielt oder irgendwo gesehen? So ein Viehchen, dieser Grafik wäre geil Hä, Shit Hab ich da was für übersehen? Das ist so ein kleines rotes Viech Was dann immer größer und größer wird Wenn das Menschen frisst Und das ist einfach nur so eine fleischige Masse Mit ganz vielen Tentakeln Ach hier Das ist doch gelb Das ist doch gelb, Mann Oh, Jesus Phille, nicht finally Okay, es ist ein Parasiten-Chat Okay, es ist ein Parasiten-Chat You seen anyone else? I just got here Where are you going anyway? Back to accommodation Listen You'll have to get through the water tanks To get up to accommodation And quiet like Gotta go all the way up there Jesus And what about Gibble? Stay the fuck away from him You listening to me? He's no right, Kaz I'm not arguing Kaz? Be fucking careful, eh? Aye You know Also scheint das Öl irgendwie kontaminiert zu sein Wenn man in Kontakt mit dem Öl kommt, dann Wird man wie Gibbo Junge, der sieht so cool aus, alles hier Alter, jetzt ohne Taschenlampe Vor allem Fenster 7 hier Wir sind schon bei 36 Facts, Junge Vor allem Fenster 7 war halt auch so nachts Also was Shinra angeht Auch viel mit so grünem Licht Und halt ganz viel so Rohren Ähm, ich glaub Goofy Wie heißt die? Gooby Goofy Dooby Lebt nicht mehr Irgendwas hat ihn befallen Und dann irgendwie aus ihm rausgebrochen oder so, oder? Also entweder ist er einfach nur geplatzt Oder das Ding ist halt wirklich irgendwie aus ihm raus Dass dieser, dieser, dieses, was auch immer das ist Äh, Menschen als Inkubatoren benutzt oder so Jesus Aaath Ha! Ich bin bereit, jederzeit zu rennen, Chad. Ich baue gerade in meinem Kopf eine Map von der ganzen Bohrinsel. Ich bin bereit zu rennen. Dadurch, dass ich jetzt diese ganzen Ventile zudrehe, und da jetzt kein heißer Dampf mehr rauskommt, gebe ich eigentlich jetzt diesem Gibbo-Monster eigentlich nur mehr Platz zum Rumlaufen. Wahrscheinlich kann er hier auch nicht durch, aber jetzt kann er hier durch. Ja, stark, Mann, wir reiten auf dem Delfin nach Hause, nach Schottland. Wie lange bist du schon im Game? Äh, noch nicht so lange, eine Stunde ungefähr. Ist das Kratzspuren? Ne, das sind Holzspäne, oder? Holzspäne oder so, oder Kratzspuren? Ich weiß es nicht mehr. Das könnte beides sein. Ne, das sind Holzspäne, oder? Oder Kratzer? Ach, keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall hat er versucht, irgendwas reinzugehen. Reinzukommen. Also, das können ja, das können vielleicht die Holzspäne von der Tür von hier sein. Da fehlt ja was in der Tür. Das heißt, das Monster ist nicht ganz so stark, dass es die Tür nicht aufbricht. Aber stark genug, um diese Tür so stark anzukratzen. Stark genug, um den Körper explodieren zu lassen. Ja, mein... Oh no. Der Eimer. Der Eimer ist im Weg. Meine Theorie ist ja, dass die wirklich irgendwie die Menschen so als Inkubatoren benutzen, so als Brutstädte, und dann aus denen dann rausplatzen. Weil sie zu groß werden quasi. Dann drücken sie den Menschen von innen auseinander. Ja, ich dachte auch, wer stellt den Eimer ab? Ich dachte, vielleicht ist hier, wo der irgendwie was schwarz angemalt oder so, was eine schwarze Farbe war, aber hier ist gar nichts angemalt. Der hat den einfach random da abgestellt. Okay. Okay. Wir kommen jetzt zu den Water-Tanks. Water-Tanks! Hallo? Jungs? Spinde sind ausgezeichnete Verstecke. Ich finde, in Spinnen kann man auch ganz gut schlafen. Also, wie wäre es, wenn wir einfach hier drin bleiben? Let's go Outlast. Als ob jetzt alle an Outlast denkt. Die Entwickler hier haben ein Amnesia-Spiel gemacht. Denkt ihr da nicht eher an Amnesia? Aber du hast dich in der Amnesia auch die ganze Zeit in den Schränken versteckt. Und noch vor Outlast. ... Du bist her? Oh, Christoph. Also, Gibbo lebt ja wohl noch, ne? Dann war doch doch nicht die aufgeplatzte Leiche, Gibbo. Ich... 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 Cho... Wir inspirieren. Gibi? Warte! Geh' dir! Wenn ich ihn Gib미 nenne, sollte er... mich eigentlich erkennen. Keiner nennt ihn Gibi, nur ich. Das juckt den Parasiten, aber vielleicht ist noch ein Teil in ihm Gibi. Mein alter Freund. Stumm! Ich hab mich von meinem eigenen Arme erschreckt! Ich hab mich von meinem eigenen Arme erschreckt. Severina, dankeschön für 23 Monate. Und jetzt wird ganz reingedippt. Wir haben die ganze Zeit so außen diesen filmigen Ölfilter rund um die Sicht. Vielleicht sind wir auch schon infiziert. Weil wir sind ja ins Wasser reingefallen, wo das Öl wahrscheinlich auch drin war. Weil der Bohrer ja explodiert ist. Aber dann werden wir ja auch schon eigentlich verwandelt, weil... Der Typ ist ja schon voll drin. In der Transformation. Genau. Die Boss-Transformation. Gibi! Ich komm jetzt runter! Gibi! Ich komm jetzt runter! Geht's? Was? Wie war das? Was hat ihr getan? Was? Gegen was großes Rotes. No! Douglas! 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 Jesus! Jesus! No! You can't be! Shit! Oh Gott! Ich werde an dich denken, Douglas! Ich werde dich nie vergessen! Douglas! Okay. Er ist jetzt so eine fleischige Masse wie die, wie diese fleischige Masse in Elden Ring in den Pots. Digga, ich bin einen Meter runter gesprungen. Oh Gott! Okay. Okay. Blut. Sehr viel Blut. Oh, er ist ausgebrochen. Er ist jetzt oben auf dem Deck und schlachtet dort alle ab. Wir sind jetzt komplett auf der anderen Seite, ja. Lägt dein Zettel auf dem Boden, wo? Hier, meinst du? Ich kann mit nichts interagieren hier. Wenn du hier meinst. Im Blut neben dem Stiefel. Ah, ich kann damit nicht interagieren. Ne, der ist noch hier drüben, der Gebo. Gebo? Ich geh schon mal vor. Wir sehen uns oben, Gebo. Äh, Gibi, mein ich. Die verdammte Sache ist geschlossen. Wer sagt, ich soll ihn nicht alleine lassen? Darfst du überhaupt noch ein Mittagessen? Bist du ja gefeuert? Scheiße, du hast recht. Ja, du kommst bestimmt bald heim. Ganz bestimmt kommst du bald heim. So, wie sieht der Wohnbereich aus? Was ist jetzt passiert? Der Wohnbereich. Aber theoretisch. Jesus. Er ist arschkalt, ne? Wir sind ja irgendwie am Nordpol, ne? Hieß das, glaube ich. Muss ja arschkalt draußen eigentlich sein. Oh, der war die ganze Zeit im Wasser. In dem arschkalten Wasser. Nordsee? War das nicht Nordpol? Oh. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber ist trotzdem auch kalt. Auch in der Nordsee. Oh Gott, stopp. Schick. Scheiße. Stopp, über die Frage. Stopp, über die Frage. Jesus. Jesus. Der muss die Klamotten ausziehen. Seine ganzen Klamotten sind nass. Wie lange machen wir das jetzt? Okay, ich geh. Wie Espenlaub einfach. Ja, das sagt man doch so. Zittern wie Espenlaub. Ist jemand hier? Hallo? Wenn wir dann bitte hier fucking sagen was. Okay, Chat. Niemand ist da. Wir können uns die doppelte Portion Essen in der Cafeteria holen. Da ist auch alles. Christoph, das ist reink. McCleary hier. Cass. Es ist O'Connor. Ich habe Bruce und Burgers mit mir. Du weißt, was passiert? Nein, aber wir hatten etwas. Du musst da raus. Du musst mir nicht zweit sagen. Hör. Es ist etwas falsch in der Engineering. Es ist nicht safe. Wir gehen durch die Läge. Wir gehen durch die Unterricht. Rennick, besser gib mir die Evakuation. O'Connor? Du musst durch die Abkommission gehen. Es ist alles blockiert. Du hörst mich? O'Connor? Ja. Und trotzdem wirst du hungrig bleiben. Das stimmt. Bright sparks, no sparks can kill. Wir sind jetzt schon bei 45. No. Locked. Knacken wir heute noch die 100? Kantine. So. Ah, nein! Nein! Nein, nein, nein. Er ist nicht hier. F***. Wir müssen in den Kruellounge gehen. Und versuchen die Galle. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Geh lieber, bevor du einschläfst vor Langeweile. Äh, scheiß, ich komme ja von hier an. Trotz. 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 Is that you? I can't hear you man. Open the door. Trotz. The door's blocked. I can't get to you. What's up wee man? Are you hurt? Joss? I can't hear you. Jesus. Joss! 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 gut alles gut der hat es überlebt das gibt der dass der röntgenraum da drin alles gut dann fängst du morgen mit allen ring dlc an oder wann generell ich denke mal wahrscheinlich gar nicht nur ob ich streame ich habe gemeint vielleicht ziemlich ist aber ich weiß nicht ob ich bock darauf habe es zu streamen wir werden wahrscheinlich morgen den randomizer bänden bäck sieht gaming mit nebeck des bäcks gaming sich das problem das problem ist dass keiner hier sein wird weil alles selber spielen wollen wir haben wahrscheinlich ein paar geile playstation zwei spiele spielen dann kurz den ldc bänden und dann aber noch was schauen jungs oder so was die hell ist going on ich weiß nicht Es ist etwas zu tun, Leute. Ich weiß nicht was, was ich glaube. Ich bin, ich wirklich. Ich sah etwas auf dem Deck. Ich habe nicht gehalten, es hat sich nicht gehalten. Ich werde die Tür nicht verraten. Wir müssen uns hier weg, das Rigg zu gehen. Was, ohne Rennick zu sagen? Rennick, hast du gehört? Du denkst, wir werden wir evakuiert werden? Er würde alle zurückkommen, wenn wir auf den Boden in der Nord-Fuckin-Sea waren. Right. The life box, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path. And once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra present. We're gonna need them. Cass, um... You won't leave me? Okay, it's pretty terrifying up there. Yeah, then go to The Thing schauen, wenn's langweilig is. Geh doch einfach. I mean, you've got all the food in here for a start. The Thing rewatchen. Gibt's bestimmt auf Amazon für 4,99. And I'll see you soon, right? Ich würd's gerne sein auf so ne Glatze. Spucken und dann mal kurz polieren. Wann gibt's ein Spiel, wo man das machen kann? So, jetzt lass mich den Resten alle reinschaufeln. Schnell. Alle Tupperboxen voll machen. Susi und die Mädchen zu Hause warten, sie haben Hunger. Und ich auch. Ich hab grad irgendwie gar keinen Bock auf dich. Kannst ja vielleicht irgendwie... den anderen Stream reinschauen. Ich hab dich für 8 Stunden getimoutet. Kannst ja vielleicht morgen vorbeikommen oder so. Jetzt kann ich mir das vom Nahen anschauen. Hier auch. In 8 Stunden kann man mehrmals das Ding schauen. Ach du Scheiße. Das ist ja das Ding. Das Ding aus dem Eis. Jesus. What the fuck's happened to them now? Ja, das ist das Carrion-Viech. Leben die noch? Also... Also... Doch das Auge bewegt sich noch von dem einen, ne? Und jetzt, während ich hier drunter gehe, schreit er mich an. Okay, er hat nichts gesagt. Ach... Stopp fast. Ja, aber das ist nicht irgendwie so ein Parasit, der die jetzt so zu Zombies macht, dass die jetzt hier rumlaufen. Sondern... Er verschmelzt irgendwie alle zusammen, die ganze Biomasse. Ich will ihm sein Auge pieken. Ja, das umschlingt die ganze... die ganze Bohrinsel jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es nach mir schnappen wollte. Ich glaube, das... schlängelt sich einfach durch das ganze Ding. Vielleicht will das ja die ganze jetzt ganz umschlingen. Und dann dann mit nach unten ziehen. Ich kann was werfen! Das ist wie bei The Thing! Ich kann was werfen! Das ist ja wie bei The Thing! Da konnten die auch Dinge werfen. Als ob es dir Tassen gibt. Wie bei The Thing. Gibt es dir einfach Tassen. Die haben dort auch getrunken, Chad. Hallo? Ist jemand hier drin? Emoji The Thing haben die das besser geworfen. Ich nehme kurz meine Waffe mit. So. Ich bewerf den mit fucking Spam. Das ist ja so eine Biomasse, die wahrscheinlich noch mehr Biomasse haben will. Ich muss kurz hochwerfen, weil sich hinsetzen und fallen lassen ist dieselbe Taste. Wenn ich einmal im Sitzen bin, kann ich nicht mehr aufstehen, solange ich das Ding in der Hand treibe. Muss ich erst wegwerfen. Ja, den Spam nehmen wir mit ins Finale. Wir werden das ganze Spiel mit dem Spam durchspielen. Hier sind bald Versteckspinte. Nein. Oh, Scheit. Mein Spam. Mein Dosenfleisch. Ich kann keine Türen offen, solange ich das in der Hand halte. Ich muss das kurz auf den Tisch ablegen. Ich gehe dabei. Christoph, wo werde ich hier hin kommen? Also wenn diese Beuensel einer diese Schiffe hat, könntest du besser... Ich hab jetzt schon geguckt. Ich glaube, ich will nicht mit einem Schiff entkommen, ich hab ein bisschen Angst vor dem Wasser. Wie wärs, wenn wir mit einem Helikopter entkommen? Scheiße. Aber ja, theoretisch, damit können wir da hinten auch entkommen. Kannst du denn fliegen? Naja, besser ich versuche im Helikopter zu fliegen und sterbe dabei als von diesem komischen Monster getötet zu werden. Wenn das überhaupt Töten ist, was der macht. Der saugt sich in dich auf und dann bist du in seinem Organismus drin und nimmst das alles die ganze Zeit wahr, was passiert. Ich glaube, hier wird niemand wieder malochen. Wäre aber schön, dass er noch an die Arbeit denkt. Ein vorbildlicher, abendhänder Kapitalist. Wie wird das mit der Zugehörigkeit geregelt, respektive welchem Land gehört diese Beuinsel? Schottland, glaube ich. Oder England. Ich glaube, ich glaube, es gehört England. Great Britain. Oh, fuck, fuck, fuck! Jesus Christ. Es ist noch nie wieder. Das ist noch nie wieder. Da. Liveboat. Das brauchen wir. Scheiß auf die anderen. Ich habe Frauen und Kinder, die zu Hause auf mich warten. Die Frau will zwar Schluss machen, aber... Oh, komm mal, du wirst mich schlafen. Scheiß auf mich. Ja, die Vorrichtung ist kaputt, ne? Also einfach reinsetzen und warten, bis das alles hier kaputt geht und ich runterfalle mit dem Boot. Das überlebt man doch im Boot, oder? Das ist ein Lifeboat, nicht ein Deathboat. Damit überlebt man einiges. Oh, Gott. Ah, der ist noch dein. Aber kann ich den jetzt von, von innen bedienen? Okay, all right. Sieht leicht genug. Sicherheitsbolten aus beiden Aufhängen entfernen. Bremshebel aktivieren und das Boot in Einstiegsposition manövrieren. Besatzung und Besucher einsteigen lassen. Kinder und Frauen zuerst. Luken verriegeln und Bereiche unter dem Boot auf Gefahren überprüfen. Rettungsboot zu Wasser lassen. Motor starten und Rettungsboot von Borninsel wegnavigieren. Ich bin ein Kind. Ich darf zuerst. Belastung nach hier. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Und noch eine. Noch eine. Jetzt die Leber. Komm ihn in die Position. Näher hier raus. ayuda zuerst aus dem Boot. Biod ist aus? Nee. Biod? Oder hatte ich einen Strike bekommen? Biod sollte an sein. Biod sollte an sein. Wieso ist es aus? Tatsächlich. Wieso ist es ausgegangen? Seit gestern. Ah, okay. Gestern wurde irgendwas entdeckt. Moment mal. Nee, alles gut. Ja, bei Elden Ring war wohl irgendwas gestern. Ich weiß nicht was. Eigentlich hört man meine Playlist im Stream nicht. Haben wir gestern irgendein YouTube-Video geschaut, kurz im Stream? Nee, oder? Nee, nee, nee. Nee, nee, es ist ja von gestern. Der gestern ist ja auch privat gestellt von Twitch. Aber Twitch ist so geil und sagt mir das ja nie, was genau passiert ist. Sondern stellt das VOD komplett privat und sagt, wir stellen jetzt deine VODs erstmal auf privat. Du kannst erstmal keine machen. Nee, es wird nicht gekennzeichnet. Mir geht's weg. Yo, es gibt gute Besserung, man. Und ciao, ciao. Ich hab doch gestern einfach komplett nur Elden Ring durchgezockt. Ich hab doch keine Videos oder sowas geschaut nebenbei, oder? So, die Dinger sind raus. Und jetzt müssen wir das Ding manövrieren. Rüber. Mit dem Hebel. No! Es springen hinterher! Weihnachten im Schoß der Familie. Hinterher! Schade! Habs nicht überlebt. Schade! 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 Was machst du mit meinem Leben? Es ist weg. Es ist einfach in der fucking Sea. Du musst es nicht falsch machen. Bist du weg, Renick. Du hast diese fuckinge Sache gebaut, nicht ich. Wer bist du? Roy ist in der Kantein. Finley und Brodie sind жив. Hör auf mich, McCleary. Geh deinen Arsch nach dem Chopper pad. Bring jemand anderes, du kannst dich finden. Was sollst du machen? Du kannst das alles über die Behrer. Ich kann nicht rauskommen. Es ist eine Schutzkarte, die Rehlands sind alle weg. Für Gott seiheb, muss ich dir sagen, wie ich alles mache? Das ist alles. Geh die Tür eine kleine Kantein. Das ist gut genug. Was für dich? Es ist einfach auf der Kantein. Keine Angst, Renick. Was? Das bedeutet, dass wir okay sind? Nae hart fühlen? Geh die fuck, McCleary. Und wenn du zurückkriegst, fuck off wieder. Ich bin froh, aber ich habe dein Leben auf meine fuckingen Rehlands. Geh auf dich selbst, du fud. Okay. Ja, dann let's go. Wir haben immer noch die Möglichkeit mit dem Heli abzuhauen, Chad. So ganz sind unsere Chancen noch nicht weg. Wir haben noch eine Chance, okay? Das geht noch. Und so schnell sind wir bei 70. Ja, das war gerade sehr viel. Sehr viel auf einmal. Jede Leiter. Jedes Mal. Scheiße. Scheiße. Wo gehst du hin? Ich soll ja hoch. Und da geht es ja nicht hoch. Also ich dachte, ich muss wieder zurück, um woanders hochzukommen. Heißt denn? Und da geht es doch nicht hoch. Ich will auf die Tür eintreten. Der soll einfach rüberklettern, was für Eintritt. Kletter doch einfach rüber. Oh mein Gott, ich komm nicht hoch. Hä? Hier übers Geländer, zack, zack, rüber. Hä? Ja! Maschine. Scheit, scheit, scheit. Ich hab die Lage im Griff, Chad. Alles gut. So. Das Viech kann auch kommen. Ich hab noch genug Schaum drin. Okay. Ähm. Hä? Äh. Gerade konnte ich damit nicht interagieren. Hey, Abdul. Ich glaub, Innes haben wir auch verloren. Am Ende kommt nur der Chef und ich. Wusstet ihr, dass wenn ihr einen Menschen mit einem Feuerlöscher löscht, müsst ihr ihn von der Stelle wegbringen oder nicht auf dem Boden liegen lassen, weil der Schaum zu Boden sinkt und eingeatmet wird und eingeatmet wird, was darin resultiert, dass der Mensch in unglücklichen Fällen ersticken kann. Ach, mein Weg durch. Wär glaub ich auch recht weird, den da einfach liegen zu lassen, oder? Den zu löschen und einfach liegen zu lassen? Versorgungsbereich. Oh, Backpaint, Chad. Seht ihr so? Ihr dürft nicht links so heben. Ihr müsst so rechts heben. Immer in die Knie. Bend your knee. Keep your back straight. Ganz wichtig. Immer in die Knie gehen bei schweren Sachen. Anfassen. Anfassen. Ente. Bingo. Was habt ihr so erkannt? Also ich habe eine Statue erkannt, ein Kind erkannt und eine Ente. Das ganze Leben ist gerade an ihm vorbeigeflasht. Das war eine Möwe. Wer bist du, hä? Ein Ornithologe, oder was? Das war eine Möwe. Nein, aber Paläontologe. Ein dummer Pimmel bist du, das bist du. So. Das ist alles übernommen. Christoph. Nicht schau. Nicht schau. Das ist sein Bein. Das ist sein Bein. Da oben ist irgendwie sein Arm. Man, ich wollte diese komischen Blasen. Sind das irgendwie Eier oder so? Schlüpfen die dann da raus? Ich glaube nicht, dass es ein Ameisenbär war. Ich bin mir schon fast sicher. Was ist passiert da? Was ist passiert da? Okay, er ist irgendwie so eins mit dieser Masse. Immer noch hungrig. Ja, sehr sogar. Wird immer schlimmer. Trotz versucht, die Waschmaschine zu reparieren. Okay, Jett. Let's go. Das mit dem Besen war ich nicht. Das mit dem Besen war ich nicht. Was ist passiert da? Ja, ein bisschen's. Hier ist es so. Doch. Höre, ist somf! Ich hab das Ding da hingeworfen und da hat, äh, er geht jetzt dahin. Und dann schlittert er einfach über den Boden auf mich zu. Wie schnell der ist? Move it! Was du geworfen hast, ist, by the way, an der Wand zu dir zurück reflektiert. Nein. What the fuck? Wie schnell der ist, wie schnell der ist. Nur ein Reborn aus Bloodborne. Guck mal, wie hinten das Bein noch so zappelt. Was ist das denn? Wolf, you crap. Geh die Animas. Oh, oh. Geh die Animas! Ja, Stealthen, irgendwelche Gegenstände, wer das ist? Du solltest mich hier! Fuckin' Möweck! Jesus Christ, das ist groß. Ja, Stealthen, irgendwelche Gegenstände werfen, Digga! Renn einfach! Okay, all right. Roy! Und wir sind wieder beim Essen, Chad. Die Brötchen sehen so fluffig aus. Er ist ein Mann. Ich... Finde ich mega wack, wie das Licht flackert, wenn man das Vieh anguckt. Hey, damit du's... Damit du's nicht genau anschauen kannst. Kronbüse, Digga? Was ist Kronbüse? Kronbüse. Da! Da ist ne Kronbüse. Kass! You all right? Jesus, you look terrible! Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trots. I think it was Trots. And now it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think? Have you got a better idea? Cuz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? Are you fucking kidding, Roy? Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I? And tell it to pull its socks off. Right, all right, fuck's sake. Could you know just eat some fucking jam or something? Bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Doctor fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cunt. You think you managed to get to your cabin? You've summoned there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try to leave him without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen. When you get to the... Ted Ravage sterben. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their Godfather in one piece. Er wird sterben, Chat. Ich hab eben gut gegessen. Das freut mich sehr für dich, dass du gerade eben gut gegessen hast. Ist irgendwie nicht gruselig. Oh, guckt euch Vic-Fan 3 an, Chat. Er ist ein ganz großer, ein ganz Erwachsener. Er guckt euch an, wie mutig er ist. Er guckt dieses Horrorspiel ohne dabei sich zu gruseln. Du bist ja so erwachsen. Ja, die Dialoge sind super. Das stimmt. Das kam heute noch nicht, Ricky. Ich kann hier nicht auf den Helipod kommen. Ja, Digga, hab ich... Hab ich ne Karte in meinem Gehirn, oder was? Das originale Ding war gruseliger. Das fucking Ding ist lockt. Ich geh in mir ne Stulle schwirren. Oh, Mann. Hier komm ich auch nicht weiter. Achso, da komm ich her. Das Ding ist schon weiter nach oben gewachsen. Oh, no! Es hat die Ente erwischt. Kann ich die werfen? Als Ablenkung. Das ist ein Kran. Ja, aber dahinter. An dem Turm. Da siehst du diese... Das Zeug zieht sich da hoch. Das ist ein Kran. Ja, aber dahinter. Lockt. Ich mag nicht den Sound davon. Whatever es ist. Hey, der Helik kommt doch schon an! Ich kann nicht wirklich sehen, den Lift, um da zu kommen, mit dieser Fog. Ja, der haut sowas von alleine ab, halt wirklich. Das ist bestimmt gar nicht das Schreien von dem Monster-Shit. Das ist dieses... Das sind diese lauten Geräusche aus der... aus den Unterschächten unter der Erde. Wie heißen die nochmal? Ich hab irgendwie nen Begriff dafür. Oder Leute so Theorien aufstellen. Oh mein Gott. Theorie zu was? Zu solchen Geräuschen, die angeblich Leute irgendwo hören oder... und das das angeblich so Geräusche unter der Erde kommen, weil es dort irgendwelche Schächte gibt und das hoch heilt. ist der hier? Der klingt sehr nah irgendwie, ne? Genau, die Hohlerse. Und das sind die ganzen Echsenmenschen, die dort leben. Ich werde mir deine Nachricht nicht durchlesen. Ich will nix zu essen hören. Nein. Nein. Nein! Nix! 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 Doby! Nix! Wie schnell das Ding war. Holy shit. Ja, er ist wirklich Carrying, ne? Junge, wie schnell sich das Ding da vorbeigenudelt hat. Ach, Mür ist einer von den Kollegen, der sich verwandelt hat. Ich habe ihn nicht mehr als er, aber er kam für mich. Er hat mich nicht mehr als er. Es ist nicht er, Innes. Es ist nicht mehr, aber es ist nicht mehr, wenn wir uns nicht mehr sagen. Ja, ja, das stimmt. Aber der einzige Weg ist die Krill-Lift. Er wird nicht jemanden verlassen. Dann müssen wir ihn nachher. Ja, das stimmt. Wir sehen uns. Aber er wird nicht sein, wenn er mich hört. Dann, nicht er zu hören. See you in der Luft. Schleimig und fleischig. Okay, Junge, diese komischen Fäden, mit denen er läuft. Halbe Spider-Man. Aber wieso verenden manche so und manche halt so? Fuck. Wo ist everyone running? Fuck the hell. Das ist schon geil widerlich, oder? Ich bin mir nicht sicher, wo ist dein Kopf? Kopf ist! Was war mein Freund? Ich kann dich wieder hören! Bitte, ich kann dich wieder hören! Sprint? Sprint-Taktik! Ich sehe dich! Oh, der guckt hier rein! Oh! Kann ich hier rein? Oh, der guckt hier! 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 Bittiger Drama-Queen! Ja, Mann! Oh, der guckt hier! Oh! Oh, der guckt hier! Oh! 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 Oh, der guckt hier! Oh! Oh! Ich würde Puzzle-Bomben machen. Ich würde da so... ...die Salbinoriks von Elden Ring, wenn die so Rad schlagen. So würde ich da durchlaufen. In diesem Rad... Hol' ihn dir! Schade. Christoph! Du bist okay? Kannst du raus? Nein. Du kamst an mich. Ich habe einfach geflogen. Ich wusste nicht, wie ich mich in hier getroffen habe. Aber der Kandelhuis kam runter. Und wir sind richtig Krabbe. Und ich bin jetzt krank. Sind das die Huis-Kontrollen hinter dem Fenster? Vielleicht kann ich es schiften. Okay? Du bist ein guter Mann, Kaz. Ja, alles nur um seinen Job wieder zurückzubekommen. Poor Bastard. Kannst du kommen lassen? Hey drifter. No one! Oh, da ist er ja! DUCK DICH DOCH! DUCK DICH DOCH! Er steht... DUCK DICH DOCH! Okay, bitte den ersten Spot können wir durchsprinten. Bis hier kann ich durchsprinten. Geh doch nicht raus! Ich wollte nur was zum Werfen haben. Ich werde nicht weg. Nein! Nothin! Don't fool, air can kill. Äh, ja, Fahrstuhl kommt jetzt irgendwo, I guess. Ich muss ja noch was anderes machen. Hey, hier geht's ja gar nicht rein. Ja, verzieh dich! Wo ist dein Kopf? Da musst du zwei Knöpfe drücken. Einmal ihn aktivieren und dann einmal hochfahren. Nein, nein! Ja, so lange Roy überlebt, ist alles gut, oder Chad? Hey, echt, was geht ab? Hey! Let's just take a look. dass das ding auch nicht da oben eigentlich ist der heli ist so laut das war so klar der wird jetzt weggenudelt du wird weggenudelt oder ich glaube ich glaube brennig kann kein hubschrauber fliegen ich sollte es gehen besser als zu lassen die zwei zu spätigen die zwei großartige minds die zwei großartige Generation united over a bucking die Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already You seriously, seriously think if you leave the country, this all will just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, no, you're not doing your best. What do you know about oil rinks, you roaster? I'm good with the lecky. Terrace houses, Kaz. Flats, maybe a shop. If you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for... for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. It's not meant. No more, I'm not. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking scum, not Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Hear me. Der hat noch zu Hause irgendeine Scheiße gemacht. Ist dann quasi auf die Bohrinsel geflohen. Und die Polizei hat ihn jetzt dort quasi gefunden. Ich dachte, der hat hier auf der Bohrinsel irgendeine Scheiße gebaut. Und deshalb kam die Polizei. Aber der war auf der Flucht. Ja, aber ihr Problem ist kein Grund, um von der Polizei verfolgt zu werden. Der ist bestimmt Fußballer. Die Briten, die sind doch immer, die prügeln sich doch immer beim Fußball, oder? Der hat bestimmt irgendjemanden abgestochen. Christ, ne wonder Rennig was Regen. Sehr geehrter Mr. Rennig, im Namen der Polizei von Glasgow untersuche ich einen Vorfall, der sich am Abend der 27. August 75 im Wirtshaus The Duke in Denistown, Glasgow, abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzungen. Diesbezüglich möchte ich gerne mit Mr. Cameron McLary sprechen, der unseren Informationen zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf ihrer Bohrinsel Bayra D. beschäftigt ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns dabei helfen, Mr. McLary ausfindig zu machen und zurück zum Festland zu transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum GGD auf, sobald dieser Brief erreicht. Falls Sie uns nicht behilflich sein können, wenden wir uns weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz von Kadal Oil Ltd. Wir freuen uns auf Ihre baldige Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Martin O'Hagen. Schief, super intended, Digga. Schotten haben es sogar mit Messern, also das liegt sogar nicht falsch. Mit Rasierklingen, ne? Die Polizei ist doch, weil er einen Typ in die Fresse geschlagen hat. Ja, aber ich dachte, hier auf dem Schiff, der hier auf der Barsen sitzt. Schiff, McLeary. Ja, listen, hier ist was ich, ich muss dich machen. Ich muss dich in die Radio Room und kenne den Support Schiff. Das ist verletzt, Mann. Die fucking Crane fällt auf. Hallo? Hallo? Shit. Hey. Es ist Brodie. Ich weiß, wie es ist, du daft Prick. Listen, das ist die Generator's failing. Wenn sie ausbüren, werden wir auf die Emergency Batterie, so die Radios nicht funktionieren. Du bist nicht, die Radio Room ist weg. Christ, Mann, da sind andere Radios, aber nur eine sete Jenny's. Wenn sie fail, you're gonna need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking Gibbo. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. Not, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jenny's and stop them from shot and got it. Aye, eh, Jenny's, right. Brodie. Scheint. Also bisher haben wir nur zwei Monstern, ne? Gibbo und Muir. Die zwei haben sich verwandelt. Alle anderen sind irgendwie zu einer Massa geworden. Was jetzt? Das ist Kaz, wer ist das? Das ist Davros. Ich bin auf der Lebensbahn. Gott weiß, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Wo ist alle? Sie sind alle weg. Du musst hier zurückkommen. Ich kann zurückkommen. Ich bin hier einfach hier. Ich mach es wieder. Ah, Scheint. Davros, Davros, kannst du mich hören? Hey, hallo? Fuck. Aber die Synchronisation ist auch recht stark. Alle Stimmen klingen sehr nice. Hä? Hä? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr geradeaus laufen. Oh, okay. Hier ist irgendwie ein Objekt. Um das ich nicht drum herumlaufen muss. So. Okay. Hallo, du hast doch Kick gelernt. Tritt. Eine Anomalie. Ja, ich glaube auch. Hier ist alles zu. Er hat wieder vergessen, dass er kicken darf. Oh mein Gott. Das ist ein unsichtbarer Block. Habe ich irgendwo einen Flammenwerfer? Äh, Flammenwerfer. Feuerlöscher? Vielleicht muss ich wieder einen Feuerlöscher benutzen. Warte. Es geht jetzt doch. Ich bin gerade dahin gelaufen. Es ging nicht. Die halten sich an den Fakten fest, was geil ist. Die meisten Bohrinseln haben ein Versorgungsschiff in der Nähe. Was geil ist, dass es erwähnt wird. Hallo? Und das wird gleich auch gefressen. Hey, Beastie. Ich glaube, für Scooby-Doo ist es hier schon zu spät. Aus Scooby-Doo könnte er das hier nicht regeln. In der Fall von Feuer, benutze mehr Feuer. Oh, kurz mal Karte schauen. Ähm, wo ist denn hier der Flammenwerfer? Shit, fuck, fuck, shit. Ah, hier. Da vielleicht, wo der, wo das Symbol ist. It's ready. Hey, Zibel, es geht ab. Was für ein Rig? Auf welchem Rig waren sie? Was ist ein Rig? Ach, Öl-Rig. Ah. Dass sie sich hier das Leben angeschaut haben und dann ein Spiel gemacht haben. Das fucking Ding ist lockt. Pickle-Rig, genau. Schleimig, jedoch vitaminreich. Mm-mm-mm. Leckischmecki. Gut. Good morning, everyone. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd, 1975. What the fuck happened in here? Gebo? Bist du hier? Der Drei-Nasen. Ach, stockfast. Der riecht alles. Der riecht euch, während ihr zu Hause auf dem PC sitzt. Und der weiß, dass ihr nicht geduscht habt heute. Jesus fucking Christ. Yo, der riesige Kopf. Das ist Rennig. Fuck. 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 Ich hab's verstanden, ich bin gekündigt worden. Okay. Die Hohldecke fällt auseinander. In der Firma, in der ich gearbeitet, arbeite, wurde einmal fast jemand von so einer Platte getroffen, die sich gelöst hat. Der hat zum Glück nicht getroffen, Mann. Der Mann wird aber auch echt sicher gehen, dass ich hier raus bin. Ich hab's verstanden, was ich bin ich. Oh, Mann! Fuck! Oh, 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 oh! fucking rennig alter mit seinem chef willst du echt nicht arbeiten dort dann doch lieber knast wegen schlägerei ja 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 aber worauf wartet er worauf wartet er aber jetzt ist das ein riesiger kopf von rennig also wieso wurde der kopf größer wieso wird der fucking kopf größer und da ist der heli auch rüber chat ja fucking da ist der kopf und da ist der kopf und da ist der kopf und 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 sagen Ich hatte auch die, als ich gestern nach dem Stream noch das DLC von Elden Ring weitergespielt habe, ich hätte die ganze Zeit, ich bin nicht mehr im Rando, ich bin nicht mehr in dieser Challenge, aber die ganze Zeit hatte ich so diese, diese, diese Momente gehabt, wenn ein Item rumlag, dachte ich mir, oh nein, hoffentlich ist das keine Waffe. Und dann, oh Moment, fuck, ich bin nicht im Rando. Also, das hatte ich ständig gehabt, diesen Gedanken. Okay, mit dem Helikon wird definitiv nicht mehr zurück. Ich dachte, vielleicht können wir den noch ein bisschen reparieren, aber ich denke nicht, dass wir den reparieren können. Ich glaube, das war's. Der Fluchtweg ist jetzt auch weg. Also, der einzige Fluchtweg, den wir jetzt noch haben, ist das Versorgungsschiff. Wenn das auch weg ist, dann müssen wir wohl schwimmen. Wie viel Grad hat so die Nordsee im, im, im Dezember, Chad? Wie warm ist das Wasser? Eisbad, schön für den Kreislauf, ja? Darauf schwören noch so viele. Ich bin der Fluchtweg. Hallo? Bruce! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Das ist Kaz, wo du bist? Los, O'Connor! Geh und Waffe, wir uns mal wieder. Ich bin überwürdig. Bruce, erzähl mir, wo du bist! Ich bin überwürdig. Bruce, kannst du mich hören? hat einfach einfach live beim trinken dabei gewesen so jemand sterben zuhören ist echt nicht geil, echt nicht? aber was ist denn jemanden jemanden schottischen dabei zuzuhören wie er stirbt ich glaube Briten würden das geil schön, Junge ich glaube hier unten haben wir den Chat schon eine sehr sehr starke Dunkelheit oben hatten wir noch, am Anfang des Spiels hatten wir eine überdurchschnittliche Dunkelheit aber ich glaube hier schon fast eine perfekte Dunkelheit trotz Taschenlampe sehe ich echt wenig shit wobei perfekte Dunkelheit würde mit sich bringen, dass nicht mal eine Taschenlampe was bringt Chat, wenn ich in einem komplett schwarzen Raum bin mit komplett schwarzen Wänden eine Taschenlampe anmache sehe ich dann was? ich bin einfach in einem quadratischen Raum und Decke, Boden, Wände alles ist schwarz und ich mache Taschenlampe an sehe ich dann was? ja so perfektes schwarz würde ich überhaupt irgendwas sehen? würde ich erkennen, dass das eine Wand ist vor mir? dann würdest du deinen Körper sehen an der Wand vielleicht den Staub im Schein jemand hat mal so einen Raum gebaut flashlights in a perfect dark room gibt es dazu ein Video? wie jemand in diesem Raum filmt? naja gut, das Filmen in dem Raum würde uns auch nichts bringen weil das Video wäre schwarz also ihr könnt mich sehen, weil das Licht kommt von außen und ich ausgelistet und direkt nach der Kamera aber irgendwelche Licht, die nicht direkt nachdenkt es sieht so aus wie rein ediziert aber das seht ihr gar nicht wenn ich zurück nach der Kamera das ist einfach rein ediziert das ist einfach rein ediziert ok, lasst uns das innen und lasst uns sehen, wie es aussieht wenn ich tatsächlich ein Lichtbulb innen Junge, das sieht aus wie Green Screen ok, also hier irgendwo ist mein Lichtbulb Socket oh, Moment das ist im Raum drin? wie scheiße das aussieht wie scheiße das aussieht und ich versuche über 99% des Lichts ok, ich werde den Lichtbulb auf 3 2 1 hier bin ich in der Welt's dunklen Raum wir geben euch ein Bild an das ist schon geil und am besten den Raum auch noch schalldicht machen gleich kommt die 4 Kings Musik, Alter und dann ist vorbei ok In diesem Raum mal Horrorgames zocken. Ja, du würdest halt... Es würde wahrscheinlich dann so aussehen, als würden deine Monitore schweben. Aber dann muss der Rahmen deines Monitors auch perfekt dark sein. Und dein Gamepad muss auch perfekt dark sein. Und deine Tastatur. Und dann sieht das so aus, als würden deine Screens einfach so schweben. Okay, Chat. Prank-Idee. Sieht zick aus mit dem Rot. Prank-Idee. Wir bauen so einen Raum und stellen da Leute rein, die auch komplett Gesicht, Klamotten, alles in perfect dark sind. Und dann holen wir eine Person rein und sagen... Traust du dich in diesen Raum rein, in diesen perfekt dunklen Raum für irgendwie fünf Minuten? Und der so, ja, ja, mach ich. Easy. Und dann geht da der rein und dann steht da in jeder Ecke eine Person. Die sie natürlich nicht sehen kann, weil sie auch perfekt dark geschminkt ist. Und dann kommt die auf dich zu. Und alle sehen dich in dem Raum, aber du siehst niemanden in dem Raum. Weil das Licht reflektiert nur dich. Finlay geht's auch noch irgendwie gut. Das Game-Prank ist ein Anschlag. Ja, machen wir schon. Ich hab mal ne Glühbirne reingedreht. Ich bin Elektriker. Mach das schon mal. Ich hab mal mein PS5 Game-Pit repariert. Bin Elektriker, kann das? Bin quasi Maschinenbauer. Hier stehen schon die Flaschen rum. Spoiler. Spoiler-Chat. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Ich bin, glaub ich, irgendwie zu früh hier. Hier sind überall diese Flaschen zum Werfen-Chat. Finlay wird sterben. Ich mag Finlay. Es schwabbelt schon rum. Oh, kann ich da durch? Okay. Lecker! Nicht so lecker. In mein Gesicht wieder rein. Relikt einfach getroppt. Ja, da steht er einfach lecker. Ich will einfach nur essen. Oh, shit. Finlay? 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 Oh, hi. Worked like a charm. Shit. The generator must have tripped, because they have fall somewhere in the trash. And the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jenny's in the fault. You deal with the Jenny's now find the fault. Was den fucking Jenny immer nennt, den Generator, den Jenny. The generator's all that way. I'm no fucking good in there. Have you got a better plan? No? Hey, well, I fucking didn't think you went there somehow. Fucking go on, mate. Hey, will you go then? Ich verstehe die einfach nicht. Ich versuche sie zu verstehen, aber ich verstehe sie einfach nicht. Beim Eingang zu diesem Kontrollraum. Meinst du das hier? Das ist immer noch hier. Da war mal dein Körper. Ich habe den Körper gar nicht gesehen, glaube ich. Dann habe ich es übersehen. Ich habe da keinen Körper gesehen. Oh, es glänzt. Es leuchtet zu schön, Chad. Oh, fuck mich. Jetzt hat er doch was Schönes an sich, ne? Ist schon, äh... Ist schon Wallpaper, oder? Für den PC. Ja, das Vieh nützt irgendwie dieses Öl, ne? Ich habe diese komischen Reflexionen. Und es wurde ja auch schon mal gesagt, irgendwie am Anfang, Gobbi hat das Öl berührt. Er kam in Kontakt mit dem Öl und seitdem ist er komisch. Also die scheinen wohl irgendwie von diesem Öl sich zu ernähren. Aber dieses Öl ist auch gleichzeitig irgendwie gefährlich. Was ist das? Ja, manche von denen platzen halt auf und werden halt zum Futter und andere nehmen dieses Futter in sich auf und laufen dann überall hier rum Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Junge, der hat sich hier durchgebohrt Wieso sind hier überall so viele Schächte unten, wo ich durchkrabbeln kann? Wahrscheinlich muss ich da gleich überall fliehen Wahrscheinlich mutieren alle direkt mit dem Öl die in Kontakt kommen, oder? Und der Rest stirbt halt einfach Bisher sind halt nur drei Leute transformiert Alle anderen sind einfach gestorben Vielleicht muss es irgendwie auch Vielleicht muss der Mensch eine besonders dominante Persönlichkeit haben dass er dann weiterhin kontrollieren kann Aber ja, gut möglich, dass sie einfach mit dem Öl in Kontakt gekommen sind, ja Und gleich erwarte, dass die Bohrinsel am Ende sinken wird Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt überleben Die Bohrinsel wird am Ende weggenuket Und Johannes, danke schön für 56 Monate, man Vielen Dank Ich hab die letzten neun Stunden Elden Ring gespielt Was geht ab? Willkommen zurück Aus dem Schattenlande Da muss ich es sein A wee hot Over on the other side Da ist irgendwas Schleimiges Noch mehr Schleim Moment, Adia ist auch verwandelt Jetzt haben wir schon vier Mal zum DLC Äh Ich krieg ziemlich aufs Maul im DLC Ich leide Ich hab's irgendwie so stinky Auraumsicherung Ich hab' doch geworfen Kommt der grad zu mir? Fuck off Du geh'n, wie er sein Gesicht hier reingedrückt hatte Die Ekelhafte Ich mein' so ne Bohrinsel brennt auch ganz gut, oder Chet? Ich glaub' das ganze Ding in die Luft jagen Ich mein' Wird vielleicht das Das ganze Meer versauen, ne? Dann ist das Ding weg Wenn es überhaupt Äh Wenn überhaupt Feuer Ein Effekt hat Okay, wir haben wieder Strom Das schlumpf, Alter Das schlumpf, Alter Ich verstehe kein Wort, was die sagt. Ich schaue auch an Adair, okay? Nicht von der Key. Ich kann die Jenny ohne sie starten. Gott. Die Mutierten reden auch schottisch, ja. Das Miese ist ja bei so einer Bohrinsel. Du kannst sie ja nicht einfach weg-nuken. Du kannst nicht einfach so wie in Filmen oder so. Dann kommt irgendwie die Regierung mit ihren Jets angeflogen. Und dann schießen die da so rein. Wenn das Ding in die Luft fliegt, dann ist das ja eine Umweltkatastrophe. Oder wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Fuck! Also wie macht man dieses Viech weg, Alter? Ohne die Bohrinsel zu zerstören. Und das ganze Ökosystem der Nordsee kaputt zu machen. Wie? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Strat? Ich weiß es. Ich habe Hunger. Ich esse das Ding. Wir kommen mit einem ganz großen Schiff von Menschen hierhin und wir essen das alle. Stück für Stück essen wir das alles. Oder wir züchten das hier weiter. Wir lassen die das auf der Bohrinsel weiter wachsen und benutzen es als Nahrungsmittel für die ganze Welt. Das war's, Gaz. Ich kann sehen, wo der Fault ist. Es hat eine Füße gemacht in Mud Handling. Mud Handling? Das ist nicht wo es da ist. Gaz, es kommt zurück. Ihr braucht es. Wir müssen die Füße zurück. Wir müssen die Füße machen. Und fixe das Füße. Wir müssen die Füße machen. Stealth Profi. Stealth liegt mir einfach im Blut. Ich glaube, hier geht es zurück. Der Deckel war sehr laut, auf den ich getreten bin. Jesus. Hallo, hallo. Das ist gescriptet, die Stelle. Man musste aufgedeckt werden. Ich habe gut gestalpt. Sind Bohrinsel wirklich so groß, wirkt schon endlos im Game. Bohrinsel sind schon sehr groß, ja. Ich meine, das ist ja eine riesige Fabrik und gleichzeitig auch ein Wohnheim. Also, ja. Das muss ja riesig sein. Die sind schon recht groß. So, hier sind wir gekommen, oder? Komm ich nicht von irgendwo? Ah, hier. Das Ding kommt wahrscheinlich jetzt auch noch hier hin, oder? Ja, wie genau. Wir sind ja mehrere Stellen noch mehrmals durchlaufen. Junge, er macht einfach den Ruffy, alter. hier. Er hält sich fest, zieht sich zurück und schleudert sich wieder nach vorne, alter. Oh, Mann! Oh, fucking Gott! Hier ist irgendwie so was wie eine Quelle oder so. Super riesig hier. Oh, ne Hand. Da ist ein Kopf. Wäre geil, wenn die noch leben würden, die so zusammen sind mit ihm. Dass die noch so mit mir reden würden oder so. Nicht richtig, ja. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ausgetrickst. Dann kann ich durch das kleine Loch durch. Dann kann ich durch den Leiterschaft. Hey, hey, hey. Wir sind so... Okay, wirklich. Ich find's geil, wie die sich so schleudern, Mann. Er sieht nice aus. Findlay? Kaz? No, it's Brodie. I thought it was Findlay with the lights coming back on. It worked. Oh, Christ. Findlay was here, but we... We got separated. You all right? Aye. The rigged me, though. We're starting to sink. Jesus, are you kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. Oh, what's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Some day up that I must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley-Fansful. And we used to pray. Heh. Heh. Aye, you're no wrong there. Hey, Fox. I'm no wrong about this. Zählen sie both eigentlich noch die Fox? You were jamming its bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this. Aye. We're there today. You engage the winches in legs A and B. And I'll do the others. Easy. Hey, there's a direct route down from engineering. Aye, alright. I'll find my way down. Top man, Kaz. I'll give you a shout over the Tannoy if we're in business. Ja, I'm in the back. Okay, nice. Meint ihr, Broody war beim Dingens dabei, Chad? Damals auf YouTube beim Broody Craft? Mit Taddle und Adi. Der war mir sogar selbst unangenehm. Und meine dummen Jokes sind mir nie unangenehm. Spiel sieht cool aus, aber quasi Walking Simulator, ja. Also echt, so wirklich Gameplay hat das Spiel nicht. Du läufst nur hin und her und drückst Schalter und drehst an Ventilen. Die fucking thing ist locked. Und ab und zu musste man Feuer löschen, so wie jetzt. Das sind aber alle Games vom Def, ja, das stimmt. Die haben hier Dingens auch gemacht, was auch recht bekannt war hier. Irgendwas mit Rapture. Welcome to Rapture oder so. Das war sogar mit Sony zusammen. Mit Santa Monica Studio. War ja auch einfach nur so ein Erkundungs-Walking-Simulator-Spiel. Du hörst immer Fuck, Shit, Shade und Jesus Christ. Ja, das ist wohl die Lingo bei den Malochern in Schottland. Die Esther, die Esther sagt mir nichts. Die hat noch dieses eine Dingens gemacht auch. Aber wie heißt denn das Spiel nochmal? Irgendwas mit Rapture. To the Rapture. Welcome to Rapture. Aber die Esther sagt mir gar nichts. Everybody go to the Rapture. Ja, irgendwie sowas. Das ist auch von denen. Bisschen Jump'n'Run ist auch dabei. Bisschen Klettern. Nichts Großartiges. Ich glaube, ich habe gerade kurz Todes-Animation getriggert. Ich habe noch nie seine Beine gesehen. Okay, ich hätte nie auf die Beine schauen sollen. Ich glaube, die wollten nicht, dass Leute beim Spielen nach unten schauen. Ich hoffe, ich habe noch nie einen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Mal. Ich meine, ich habe noch ein paar thể. Und das müssen wir gleich viermal machen, weil vier Säulen. Viermal runterklettern. Nur bei zwei. Achso, ich bin schon drüben. Und jetzt, äh, wieder rüber, I guess? Bin mir nicht sicher, wieso ich das gemacht habe. Wahrscheinlich, damit ich das Ding jetzt runterfahren kann. Aber bei den Schaltern hat man jetzt nicht so ein Rätsel, nee, nee, das macht er von alleine. Ich meine, ich hätte auch einfach Feuer schon drauf springen können und damit runterfahren können. Ich kann aber auch erst warten, bis es ganz unten ist. Er sieht schon sehr geil aus. Also, Architektur in dem Spiel ist sehr cool schon. Das ist schon sehr hübsch alles. Manuelles Reset-Verfahren. Tatsämtliche Änderungen an den Zugwinden der Säulen sind der Anlageanleitung mitzuteilen. Bedienung durch unbefugtes Personal strengstens verboten. Kentergefahr. Erstens Sicherheits-Sperrstift entfernen. Zweitens Windemechanismus aktivieren. Gefahr. Zugriff für unbefugte verboten. Juckt. Wir sterben. Okay, back to the winch controls. Kaz, as I said, the cable's engaged. Glad you're all right. It's, uh, not exactly very nice down here. There's a fucking understatement. I've done the first cable. You need to do the same in leg B through the pontoon. Right. Was passiert, wenn ich jetzt ins Öl gehe? Ich habe auch keinen Obstuch. Nichts. Ist das Öl? Das sieht ziemlich ölig aus. Okay, vielleicht ist es doch kein Öl. Ich glaube nicht, dass du durch Öl schwimmen kannst. Huch. Kennen wir den? Ölschicht auf Wasser ist ja nicht gefährlich. Nee, ich dachte, das ist ein ganz... Das ist alles Öl, dachte ich. Einfach so ein Ölbecken. Und das Öl ist hier gefährlich, glaube ich. Ich glaube, das ist ja das, was die infiziert und so verwandelt. Das Öl. Böses Öl. Wir holen ja, Chad, Öl aus der Erde, um das dann in Energie umzuwandeln. Und das ist eine Metapher, Chad. Und wenn wir irgendwann zu viel Öl abbauen, dann sterben wir. Und wenn die in Kontakt mit Öl kommen, dann explodieren die. Weil zu viel Energie. Energie, die wir nicht verarbeiten dürfen. Das wird dann am Ende so eine Umweltlektion sein. Nach diesem Spiel werden wir nie wieder Autofahren. Und dann haben wir ja auch wieder Autofahren. Und dann sind wir jetzt wieder auf den Weg. Und dann sind wir auch wieder auf den Weg. Und dann sind wir alle auf sich. Und dann sind wir alle auf dem Weg. Und dann sind wir auf den Weg. Und dann ist er auf den Weg. Und dann sind wir auf den Weg. Und dann ist das gerade seine Frau? Oh Gott! Ich habe ihn nicht gekannt. Der dreht jetzt auch so durch wie Isaac in... In Dead Space. Habt ihr kaum zugehört, aber klang cool. Arschloch, warum geht es überhaupt? Horror, hat es Shoot-Elemente? Ne, es ist einfach nur Horror-Game. Das ist wieder zugegangen. Das Wasser steigt! Achso, ich soll mich da hier festhalten. Das stelle ich mir auch so fucking gruselig immer vor. Das habe ich auch immer so, die Szenarien in Filmen oder sowas, wo die in irgendeinem abgesoffenen Schiff sind oder sonst was. Und dann müssen die irgendwie so eine Stelle untertauchen, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Oder so in Höhlen oder sowas. Das ist so fucking gruselig, man. Wenn du unterwegs dann irgendwie keine Luft mehr hast. Du kannst ja nicht mehr zurück, du kannst nicht mehr nach vorne. Ach Christ, purer Mann. Twitch macht gerade Probleme. Ansonsten auf YouTube rübergehen. Streaming gerade noch parallel auf YouTube. Oh doch, wir gehen da rein. Keine Ahnung, ob ich sowas könnte. Aber ich weiß auch nicht, man. Ich glaube, ich würde mich sowas nicht trauen. Ich meine, wenn es so ums Überleben geht, dann musst du es ja machen. Wenn es zumindest überleben geht, bin ich der Erste, der stirbt. Oder sowas hier, Junge. Tot, einfach tot. Ich würde hier nie wieder rauskommen. Luftnot könnte man schon als gemeinst unangenehm einstufen. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Es gab mal einen, der war in einem Schiff unter Wasser in einer Luftblase eingesperrt. In totaler Dunkelheit. Und wenig Luft wurde gerade noch so gefunden durch einen Rettungstaucher. Danach wurde er selber Rettungstaucher. Oh boy. Vor allem, ja stimmt, wenn das ja dann irgendwo ziemlich tief unter Wasser ist oder so. Wo du dann ja auch kein Licht hast. Das Ding bricht auseinander. Du bist ja dann irgendwo unten im Tief unter Wasser. Kannst du ja dann gar nicht schauen, wo du vielleicht hinschwimmen könntest. Weil es zu dunkel ist. Scheiße. So wie jetzt. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Erschiefern fürs Ertrinken. Alles für die 100%. So wie jetzt. Hallo? 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 Oh, okay. Shade? In einer anderen Timeline bist du ertrunken. Ja, aber so ein kleines Labyrinth. Fucking Shade. Ich muss wieder tauchen? Aber wieso ist es auch hier so dunkel? Kann ich da durchschwimmen? Vielleicht unten drunter? Ja, unten drunter. Dann schnell wieder hoch. Nächstes Mal sehen wir Shade. Okay, ist wirklich Öl. Schön das Öl trinken, Alter. Geil. Wenn das Öl ja kontaminiert ist, dann sind wir jetzt schon verloren. Ist vorbei. Scarlet Rod. Hallo? Hallo? Wie ist das so komisch betont? Hallo? Hallo? Oh Gott. Ja. Oh Gott. O Gott? O Gott. O Gott. O Gott. O Gott. O Gott. O Gott. Der platzt gleich Chats. Die Müsse hat mich festgehalten. Fucking Connor, ich dachte wir sind Freunde. Das Ding muss doch komplett in die Luft fliegen. Junge, hier ist überall Öl und jetzt auch noch Feuer. Das Ding muss doch schon längst komplett... Guck, hier läuft sogar Öl aus. Wie kann hier nur so ein bisschen Feuer sein? Junge, das Ding muss ja schon längst explodiert sein. Feuer ist schüchtern, ach so. Öl duschen! Oh, der Hochsched. Oha! Oha! Ich kann nicht imagine wie wir schon 160 Fucks haben ey. Wir fahren da jetzt hoch. Durch den Monster-Anus. Jason, du lebst! Wir fahren da jetzt! Wir fahren da jetzt. Wir fahren jetzt mit dem Wasser. Das Ding hat all deine Arbeitskollegen umgebracht und dein Chef. Ich hab die Kamera bei dir selber gedreht, sah das cool aus, Chat? Ich hab versucht so ein bisschen cinematisch zu machen. War das cool mit der Kameradrehung? War stark? Ist das hier das das Herz von dem Viech? Dacht ihr, wir hätten den Fall endgämen? Ne. Ich hab ganz seicht den Stick gehalten. Wohnbereich! Aber was ist mit Troy? Suchen wir jetzt eigentlich noch Insulin für ihn? Insulin? Oder ist der Mann schon gestorben? Buch. Die Schleppnetzfischer aus dem Band Zwölf Gedichte von der Küste von Craig Henry Campbell 1893 bis 1975 Jenseits der Eissturmvogelschwärme stehen pechschwarze Klippen eng an eng und trotzen der eisigen Gischt. Von hier aus ziehen die gelben Lichter der Traveler ewige Kreise, bis sie erglühen. Durch die bleischwere Stille der Winternacht heilt nur das leise Klagelied der Villen. Die alte Beira hat die Sinne fest im Griff. Ächzendes Holz und geschundenes Metall unter ihren Füßen zeugen von zahlreichen Schlachten gegen die Fluten. Die Morgenschwache blickt auf das Meer, wo Seeschwalben in den Himmel schieben, erstieben und ihre Schützlinge unter dicken, grauen Decken schlummern, die nach Heimat duften. Wir wissen unsere Liebsten nicht, auch wenn Wellen gegen den Bug hämmern, während wir schlafen und Väterchenfrost wohlgraue Wolken zu tosenden Stürmen rafft. Die stille Tiefe behält uns im Blick, doch wir blicken unerschrocken zurück. Ich denke, wir werden gleich seine Leiche finden. Nein, Roy und Finlay. Wir müssen überleben zu dritt. Aber ja, was ist dieses Ding, was wir da gefunden haben? Das heißt, irgendwie... Gibt es hier eine Heizung? Wahrscheinlich irgendein Alien, was mal vor Millionen von Jahren auf dem Planeten gelandet ist. Und das haben wir ausgebohrt. Ach hier ist die Heizung. Oder es ist die Mutter Erde, die sich wehrt. Wenn sich so Mutter Erde wehrt, Alter, dann, holy shit. Roy, fuck's sake. Oh, Kaz, mein Herr, der Lord. Ich habe mich wehrt, sick. Sorry, aber ich habe nicht mehr in diesem Shop, seit ich letztendlich gesehen habe. Was ist das, Kaz? Was ist mit dem Chopper? Das cunt hat sich versucht, aber es war nicht gut für ihn oder der Bird. Oh, Gott, oh, Kaz. Ist jemand alive? Aye, ich habe Finlay. Wir haben ihn mit den Jennen. Und Brodie, auch, helfen mit den Tension Legs. Ich habe mich ein Riga-Experten. Ich habe gesagt, ich habe es nicht mehr Zeit. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Aber was es, was es wird, dass es eine Vielfaltige Leute kamen, ist noch etwas in dem, was ich da drinste. Was ist das? Roy? Ich bin froh. Ich gehe mal als ich meine Schott habe. Ich gehe mir auf, ich komme und komme. Ich kann es. Ich habe mir die Riga-Serie. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Er verabschiedet sich. Jesus liebt euch, das sage ich immer wieder. Okay, Finale. Ich glaube, wir sind im Finale. Ruft er nochmal an? Hallo? Anyone there? Ah, hier he is. Listen, I don't have long. I left away my mum. I had to get out. She's hurtin' me. I'm gonna have my head stuck. Suze? Is that you? Oh, Jesus. This one's trying to do me a kickin' and all. Gonna be a wee boxer this. Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like this. Aye, well. I feel like an elephant. Grace, where is this? Suze! Suze! Er dreht durch. Er ist auch infiziert. Er dreht langsam durch. Das war irgendein altes Gespräch. Zwischen ihm und seiner Frau. Wow. Ja, von da hinten kommt es. Die anderen haben ja auch immer so komisches Zeug gesprochen. Auch irgendwie von zu Hause Zeug gesprochen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen noch die 200 Fucks knacken. Shade. Das ist Öl dritten und alles. Eine Sparke. Fuck. Da hast du eins. Ist da gerade jemand Französisch gesprochen? So. Ich verstehe. Ich verstehe. C-stattel und alles. Ich verstehe. Sie dürfen alles. Jesus Christ. Was ist mit einem Fucking iPhone passiert? Das Zeil spricht Französisch, fuck this up. Aber ja, dann habe ich das wirklich gehört. Weil vorhin, als wir da rumgeschwommen sind, konnte man auch irgendwie kurz die Frau von ihm hören. Das ist die Erde, Chad, die Seele der Erde, die schreit. Weil wir Menschen diesen Planeten so scheiße behandeln. Das ist das Urschreien des Planeten. Das Weinen. Und die Seele ist Französisch. Rohde. Voller hell. How are you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? What do you mean, anyone alive? I spoke to Roy. He's not doing great without his insulin, and I have no idea where Finlay is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick, or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Like, right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. What can I think of the flair? Should they be looking like that? No, the main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Digga, unten brennt schon alles. Ventile can't. Mach ich schon die ganze Zeit. I'll ignite the stack from here. Oh, yes. Oh, yes, it's quite nice in here. You know, maybe we should swap. You can't walk the controls, Cass. Otherwise I, of course, I go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve. Main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Cass. Great. Oh, shit. 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 In soft pipe with reini cthulu. Beim Born. Danke. Oh shit. There were a bottle. Alright, nothing. Yeah. Bei ihm, oder was? Nein, nein, nein! Ich weiß nicht, wieso mir mein Gehirn gesagt hat, dass ich plötzlich mit R2 springen muss. Ich habe anstelle von X, habe ich R2 gedrückt. Ah, hier, tatsächlich. Brody, ich habe das Radio gefunden, aber kein Signal. Keine verdammte Piep. Du weißt, was wir tun müssen. Es ist unser verdammtes Problem. F. Einfach nur ein F an die Leute hier. Hat sich gelohnt. Wichtige Lore. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie keinen Kontakt aufnehmen können. Oder und? Hält schon Bock auf so einen... Okay, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock auf die Leute hier. Ich habe keinen Bock auf so eine Bohrinsel rumzuklettern. Okay, Karte. Ich weiß nicht, Sibota. Du bist der Fackbeauftragte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Da kommt er aber jetzt nicht rein, oder? Jetzt hätte er reinkommen können. Was für eine Allergie gegen mutierte Menschen? Oder was für eine Allergie gegen mutierte Menschen? Oh mein Gott, wieso bist du so laut? Wieso ist er so laut? Jesus, einfach... Du wirst mich so glücklich. Ach, die Öl-Allergie! Jaja, das Elden Ring gilt sie. Die haben einfach aus Elden Ring einen First-Person-Walking-Simulator gemacht. Die Schweine. Guck mal, wieso ist das so laut? Hey, ich bin kein Wichser. Hey, da hat er aber... Hast du auch schon gespielt? Der hat sehr viele Arme, ja. Kräuterpollen und Hausstaub. Wie oft wischst du Staub in der Woche? Ich habe einfach Bock, also die Games. Skye. 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 Ich kann sehen, die Feen sind hier verändern. Ich bin froh, dass du okay bist. Ich habe den Igniter geöffnet. Gib es ein Sech. Ich kann nicht sehen. Natürlich kann ich, denn ich weiß, das Glück. Nein, es ist nicht funktioniert. Der Gas ist zurück in die Riga. Entschuldigung, Kaz. Ich brauche dich zu machen. Es ist zu gefährlich, um ihn zu verlassen. Du musst auf den Stack gehen und wieder den Releiter benutzen. F***. Hörst du mich, Kaz? Waffe oder was, damit ich weiß, dass du es bekommst. Prick. Entschuldigung. Gutz wie ich merkt. Guilty Pleasure. So Walking-Simulatoren müssen ja nicht... Das ist ja auch ein Genre. Ist ja kein schlechtes Genre. Guilty Pleasure klingt als was Schlechtes. Oh mein Gott, der ist einfach vor mir Die Gasfackel zur Abfackelung überschüssiger entflammbarer Gase ist durchgehend in Betrieb zu halten Im Falle von Schäden an der Hauptgasleitung schaltet das Gasumleitventil automatisch auf die Hilfsgasleistung um Nach dem Umschalten durch das Gasumleitventil entzündet sich die Gasfackel von selbst neu Warnung, im Falle einer Fehlfunktion des Zünders muss die Gasfackel schnellstmöglich manuell entziehen Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so oft Gasfackel gesagt Wir müssen da irgendwie raus Atelier Reiser ist mein Guilty Pleasure Das ist auch Guilty Pleasure sagt immer so, als wäre das Spiel dann scheiße Aber Atelier Reiser ist auch nicht scheiße Ich habe noch nie in einem Spiel so viel Fuck gehört Wir knacken auf die 200 Oh, ist jetzt schon hier Jesus, you're fucking joking me Fuck's sake I'm trying to save us, you stupid fucking master Es war nicht gelb genug markiert, okay War nicht zu wenig gelb Fuck's sake I'm trying to save us, you stupid fucking master Okay, schon ziemlich grün Er ist schon ziemlich grün Er ist gelb Er ist schon sehr gelb Oh mein Gott Oh, ich dachte, der kommt jetzt hier rein Junge, das wird doch hier gleich arschheiß Ich verbrenne mich doch gleich selber Okay, Feuer vertragen die nicht Jesus Kasch, für fuck's sake Es ist ein Bussiker raus Deshalb würde ich ja sagen, hey Der perfekte Weg ist wirklich einfach das ganze Ding hier zu brennen Aber wir würden ja das komplette Meer versauen Ist das ganze Ding runtergerissen? Ist das ganze Ding runtergerissen? Und für dich Und für dich Und für dich Und für dich Oh Oh No Bigger man You are shitting me McCleary You're the bigger man Your daughter's got more brains and bigger boys than you have What about the kids? The flat's in your name You go to Berlin and they just take it away Listen, Suze Come on No, no Shut it, McCleary You sit your arse down and you You just listen to me How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why And I will not, I will not let you drag those girls down to you You sort this What do you have to do? I don't care You sort this or I will leave you You understand? Suze Look, I'm gonna be sorry God Just enough Okay, just Just get out of my sight Try not to put anyone else in hospital the day, yeah? That might make a nice change for you Halt Halt I don't mean to Why did you have to Ah, Suze Jesus Christ Oh, fuck Jesus I think their relationship is already not healthy Ah, Jesus Christ Ah, you bastard Yo A storm A storm A storm A storm Oh, fuck Jesus There is Oh, my God Oh, my God God A storm That's crazy I haven't seen Arz Only a storm The whole board is gone berührt nicht berühren ich glaube ich komme nicht mehr lebend schade schade Ah! Ah! Shit! Christ, was haben sie gesagt? Und wieder rein! Aber was für ein Plan! Wie wollen die das jetzt noch aufhalten? Das ganze Ding sinkt schon! Wie wollen die das aufhalten? Finlay, ich komme nicht durch. Das Maschinendeck ist voller Öl. Wir können das schaffen. Ich gebe nicht auf. Wir finden einen Weg hinaus. Wir haben Cass verloren. Aber wir finden eine Lösung. Ich lebe! I'm still alive. Höfe! 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 Christ, kann ich nichts helfen? Aye, wir können wir uns loschen und quicken. Wir müssen uns Zeit haben, vielleicht genug. Wir wissen, ob jemand kommt? Wir sind auf Radio für einen, also ich hoffe, so. Finlay. Gut. Let's get at us. Aye, aye. Es ist ein Warton-Greeting-Miracle. Sind wir das oder nicht? Aye. Wir fluchten zu Rigg. Ich werde die Tension-Cablen. Ich hoffe, dass wir die Tension-Cablen sind. Vielleicht wird es höher in der Warte. Ich brauche euch beide auf Marine-Kontrolle. Das ist Roy. Und ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Er ist so hart auf dem Abbruch. Ich weiß nicht, wie lange kann ich nicht insulieren können. Er ist auf dem Abbruch. Ich muss ihn aufhören. Nein. Du musst auf Marine-Kontrolle mit Finlay. Es ist ein zwei-Mann-Job und wir haben nicht viel Zeit. Du denkst, Roy hat das? Ich kann ihn nicht einfach verlassen. Ich habe versuchte, dass ich ihn nach Hause komme. Ah, lass ihn gehen. Alles klar. Wenn du willst, gehen. Gehen. Aber dieses Ort ist mit Gas. Wir werden keinen Insulin-Film suchen. Gott weiß, woanders er sich in. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, Brody. Aber ich gehe. Ich muss es. Ingenieur ist der einzige Weg dort. Und es ist flottet, also du musst zu schwimmen. Das ist ein langer Weg. Pläne jeden Schritt. Und wenn du unter Wasser bist, bleib ruhig. Oh ja, das ist genau wie das geht. Enough! Wir wissen beide, was du machst. Also, lass uns gehen. Na ja, Brody. Oh, ist deine Nerve bereit, McLeary? Nee, keine Entscheidung. Wäre cool, wenn es jetzt so eine Entscheidung hier geben würde. Und wenn wir uns entscheiden, Roy zu retten, dann ist das quasi so das Bad Ending. Oder das Monster Ending. Weil am Ende kommen wir da an und stellen fest, Roy ist schon längst tot. Und die Stimme, die uns die ganze Zeit gerufen hat, ist eigentlich dieses ganze Ding hier. Was uns gerufen hat. Und was dann uns übernimmt. Und wir werden auch so ein Monster. Und das gute Ending ist, wir gehen das Maschinenteck reparieren und fliehen hier. Als ob der jetzt irgendwo noch random Insulin liegen würde. Nee, aber bei denen halt in seinem Zimmer halt, ne? Also doch der Dingplatz. Da wird mies genudelt. Ach, stopp fast. Wo ist der türeintretende McLeary, hä? Wieso werden keine Türen mehr eingetreten? Ich muss hier wieder den hier machen. Mach doch. Er macht's nicht. Er macht's schon wieder nicht. Ich muss hier einfach nur X halten, aber er macht's nicht. Ich muss hoch, glaube ich, gucken. Ja, ich muss hoch gucken. Okay. Ich habe gerade absolut nicht gecheckt, ob ich gerade nach oben, nach unten, nach links, nach rechts klettere. Lohnt sich das Game? Äh, boah, schwierig zu sagen. Also ich finde schon. Ich finde시고 denn sie ist gut Centre in den Boden der Augen glaubt. Dieser Paar ist lieber dann auf ihm zu halten, will espaket haben? ich bin mir gerade nicht sicher wo ich hin soll muss man hier anpinnen da lang wie es kostet gerade 20 ach so sicher key hier waren wir schon mal hier war der eimer den ich runtergekriegt habe alles kaputt wir gehen jetzt nochmal hier überall durch wo wir schon mal waren wo alles noch schön aussah schönen tag und jetzt hier alles am zusammenbrechen fuck fuck die atmosphäre von dem game ist wirklich gut umgesetzt ja finde ich auch atmosphäre generell die bohrinsel und so an sich generell wie die wie die aussieht und so irgendwie sehr 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 gut ich war noch nicht in der bohrinsel aber so stelle ich mir eine bohrinsel vor scheiße da 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 Haben wir an den Bauinsel mit der Arbeit? Ja, aber Bungo hat sich mal damit auseinandergesetzt und er meinte, das ist genauso wie auf der Bauinsel hier. Genau wie in den Reportagen und Dokumentationen, die er sich angeschaut hat. Komm schon! Ich habe nebenbei den Bauinsel Wikipedia-Artikel durchgelesen. Brennt Öl nicht in den Augen, weil er muss sich ja während dem Schwimmen orientieren. Ich weiß es gar nicht, aber es ist generell alles gerade ein bisschen weird. Wie gesagt, schon allein, weil ja unten alles brennt und trotzdem nichts hochgegangen ist und so. Er kann durch Öl schwimmen und so. Vielleicht kann er durch Öl schwimmen und hat damit keine Probleme, weil er sich ja langsam auch verwandelt. Vielleicht. Chat, habt ihr schon mal Öl in den Augen? Ich habe gedrückt! Äh, wieso ist hier auf einmal eine Decke? Ich bin runtergefallen, einfach straight ab nach unten runtergefallen und plötzlich ist sie bei mir an der Decke. Ich weiß nicht, ob ich wieder hier bin. Und was geht's denn im Game? Äh, wir sind auf einer Bohrinsel. Und die haben irgendetwas aufgebohrt, was die ganzen Leute hier oben bringt. Und mittlerweile sinkt die Bohrinsel. Ich drücke! Es geht wieder nicht. Ist das scripted? Ach, das Wasser steigt, deshalb kommt da plötzlich eine Decke. Das soll so, man soll da runterfallen. Ich bin nur falsch geschwommen. Öl ist ja an der Wasseroberfläche. Ja, aber auch wenn du die ganze Zeit ja in das Wasser reinspringst, wieder rauskommst, du hast ja dann überall das ganze Öl da drin. Und dann kommt es darauf an, wie dick ist die Ölschicht? Ich habe einen verdammten Schmerz. Das kann nicht real sein. Komm schon, komm schon, steh es zusammen. Für die Scheiße. Ich habe das am Anfang gesagt, ja, Mutantenfleisch, die deinen Arsch essen wollen, war nicht auf Bohrinsel standardmäßig nicht. Wir sinken! Das ist der Wreck-Room hier. Kein Billard mehr. Können wir noch so einen Prozess sehen, wie jemand sich so verwandelt? Können wir sowas noch sehen? Die zwei Augen, die da rausgucken. Hallo? Hallo? Hier bin ich. So, wir sind im Wohnbereich. Wo ist das Zimmer von unserem Boy? Wie heißt Roy mit Nachnamen? Ach, no way through. Alles für eine Spritze Insulin. Oh, hier ist Adair. Shit. Junge, das sind sogar noch Knochen zu sehen. Weißt du was? Weißt du was? So was denke ich mir mal. Irgendjemand hat das ja designt, ne? Irgendjemand muss das ja designen. Und um das zu designen, braucht er Referenzen, ne? Und dann hat er sich irgendeine ekelhafte Scheiße angeschaut. Diese Person tut mir leid. Ja, Jesus. Fucking poor bastard. Ah, da oben. Ich würde so schon... Der arme Kerl. Ist es der vom Anfang in der Dusche, dem ich auf den Arsch klatschen wollte? Aber es sind mehrere. Da ist irgendwie so Gehirnmasse auch noch. Hier ist auch noch so ein verzogenes Gesicht. Junge, das ist so widerlich, ne? Er greift nach mir. Nee, the thing sagt mir nichts. Erzähl mal. Oh, fuck. Er ist noch hier. Ah! Ah! Fuck! Ui! Hast du eine Insulinspritze für mich? Ich dachte kurz, er hält gerade seinen Dick in der Hand. Aber der ist komplett hinüber, ne? Als wäre sein Gesicht geschmolzen oder so. Oh, Jesus. Fucking poor bastard. Er hat seinen Sandwich nicht mehr aufessen können. Wird schon nach The Thing Video geben? Ja, das stimmt ja schon. Also, wir machen uns hier nur darüber lustig, weil am Anfang des Spiels kam jemand rein, hat gesagt, dass das hier arschlangweilig ist, weil das nicht so ist wie The Thing. Und hat die ganze Ding mit Emojis gepostet. Aber ja, ich denke, das ist natürlich auch designtechnisch irgendwie so ein bisschen inspiriert. Davon. Fuck off! What the hell? How did they get like that? Christ. The Trots do this. Tina hat's auch komplett weggefickt. Er steht direkt vor der Tür. Er steht direkt vor der Tür. Ich hab, by the way, noch kein einziges Mal so'n Spind benutzt, ne? Der hat nen starken Arm, Chad. Der hat nen starken Arm. Aber der kommt von der Toilette unten, Mann. Der war fett am Scheißen. Und dann kamen diese Tentakeln aus der Toilette von unten raus. Ja, ich kenne The Thing. Ich hab das Original nie geschaut, nur das Remake, aber ich kenn's. Hab ich's gesehen. Irgendwann mal vor Ewigkeiten. Aber da ging's ja auch noch darum, dass die ganzen Leute aus dieser Gruppe von diesem Alien besessen waren quasi und sich aber trotzdem noch benommen haben wie Menschen. Und dann musst du's ja herausfinden, wer quasi das Alien ist. Hier müssen wir's nicht herausfinden. Guck mal, die kommen aus der, aus der Dusche. Jetzt können die doch in enge Gänge rein. McClary! McClary! Also, er sagt das, Chad, Chad, er sagt, jeder in diesem Spiel sagt das ganze Spiel über ständig fuck, fucking, fuck, fuck. Ich mein, wir sind gleich schon bei, glaub ich, fast 200 Facts, ne? Und im Untertitel steht nie fuck. Und jetzt sagt er im Englischen Christ und im Deutschen steht auf einmal unten fuck. Junge, das sind diese Untertitel. Wir haben nun einen Fuck-Counter, dass die Boote im Chat zählt. Alter, der Däggelfisch. Ist das sein Zimmer? Insulin? Insulili? Ah, da unten. Schön in die Suppe rein. Der Schnüffler! Ist das Roy's Zimmer? Ja. Schön, dass es auf seiner Schachtel auch noch steht. Das ist mein Insulin. Ich bin Roy. Roy's Insulin. Auseinanderbrechende Familie, 5% gezwungener B-Day, 100% jeder hasst jeden, aber jetzt ist Chad. Du hattest gerade einen Familienfeier gehabt? Nein, Roy ist kein Monster. Er ist einfach nur Diabetiker. Das ist kein, das ist keine Mutation, okay? Das ist eine Krankheit. Ich bin grad verwirrt, wie es hier weitergeht. Ach, da hinten, Goll. Wir werden hier mit Roy zusammen rauskommen, okay? Okay. Ich kann dich probieren. Tja, die Gott ist nicht. Ah, ich bin dran. Wie? Was? Ich kann dich gehen. Doch, doch, genau das wolltest du sagen, Lara Ui Ui Sick Jesus, es geht nach dem anderen Ort Die haben jetzt irgendwelche Aliens tief unter dem Wasser ausgebohrt Und die Aliens rufen jetzt nach ihren Nach ihren Leuten Die spawnen hier gleich, Alter, mit ihren Raumschiffen Mit einer ganzen Armee Roy Alien Ending Da, Roy geht's doch gut, also Er braucht Insulin dringend, aber Spritzt doch jetzt Oh no, er ist wirklich tot? Nein, der spielt doch nur, oder? Simulant Mit einer Polizistik, Mann, come on back Christ, don't leave me Roy, don't leave me I can't do this, Mann I'm scared, Roy I'm fucking terrified Ich hab' einen Kampf! Was muss ich sagen? Hey! Willst du mich einfach töten, Mann? Ich hab' dich töten, Mann. Sie lief dich wirklich. Sie lief dich. So did my girls. Was haben wir gesagt? Oh, sorry. Uncle Roy's not coming here. Aye, I know. Me and Ollie. I love this big man, do you hear me? Da hockt er. Aber geht das so fix? Steht man so schnell als Diabetiker? Who is this? It's Finlay, Kaz. You got to, Roy. Good. Look, Kaz, the water's up to your admins. I couldn't get to Marine Control. You need to try and get there from where you are, alright? Jesus. Aye. That English bastard better coming off. You cannae stay in that hut forever, no? Kaz? Kaz? You still there? When you're no shouting, I start to worry like. Joy making a fuss. Put him on. I'll get him tail. Kaz. For fuck's sake, what's going on? No, he's no coming. Oh, Jesus. Kaz. Do you not make it? Oh, it's too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. You know, we all left a big man, eh? I'll let him do it. He was relying on me. No, no. No, you did everything you could. You've been back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. We're all fucking good doing otherwise. Aye. I want half this for you. Bad ending. It's gonna be bad ending. Get to Marine Control Room. Call me when you get there, and I'll talk you through it. Aye. Aye. Es wird doch gleich damit enden, dass die gleich alle wieder zusammen treffen. Dass die gleich alle wieder zusammen aufeinander treffen. Und Kaz wird sich halt verwandeln. Und die alle rumbringen oder so. Es wird hier kein Happy End geben. Vor allem nicht für Kaz. Der ist ja schon am verwandeln. Ja, ich muss auch in Dead Space die ganze Zeit bei diesem Rot denken. An die ganzen Marker-Scheiße. Was ist er nicht? Huhr? Ja. 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 Wm. Ja. Ja. Kauffman. Vpel. Wenn ich dir traue, wir tun aber dein, was? Wieso mir trauen? Ich habe die Fax nicht gezählt. Ach so, Sree, wenn ich, ach so, wenn ich die Trauer störe, ach so, lol. Ich wollte schon sagen, du sagst, dass du mir traust. Geist. Schauen wir jetzt da rein? Was ist dieses Ding, ne? Was ist dieses Scheißding? Krampien entlang? Was ist dieses Ding? Was ist dieses Ding? Was ist das? Was ist das Ding? Und du sprichst. Was ist der Grund? Wie ist das, was? Wenn du mich, was ist das... oh was ein zufall erinnert mich an dead space 2 ja generell der die 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 wie der spiel aufgebaut ist ist auch schon sehr dead space like mit dem die ganze zeit von von einem punkt zum anderen punkt laufen alles reparieren müssen später an orte gehen würde schon mal war es wurde schon mal was repariert hast zu sehen wie dort alles zerfallen ist der diabetes typ 1 oder 2 meine schwester hat 1 ich habe keine ahnung hat einfach nur diabetes und braucht insulin aber ich habe keine ahnung von diabetes ich weiß nicht wie schnell leute daran sterben können wenn jetzt keine ahnung 24 stunden kein insulin nehmen das schon gefährlich ist leidstand warnung schalter nur im notfall betätigen steuerpulte der säulen zugezug winden vor dem benötigen benötigen der schalter deaktivieren schalter nur betätigen wenn sich kein personal in dem pontraum bereich aufhält sie wollen doch nicht wirklich noch irgendwie einen plan wie sie entkommen sind wie wollen die hier bitte entkommen die schildige pause Ohne macht es schon schnell drin, aber wie schnell man stirbt, kein Plan. Es ist Roper, er ist all messed up. Kas, listen to me, all right? We need to keep it together. All right, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find a ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flood that switch. Go do that, and then I'll talk you through the next part. We all right? Aye, all right. I'll look for it. It's all right, pal. Here we go. I'll look after this now, all right? Renwick! Keep! Keep! Get! Go! Halt ihn fern, Renwick! Kommt vielleicht noch Renwick wieder? Der riesige Schädel. schalte die ballaststeuerung auf manuellen betrieb wo ist das denn kann ich jetzt den schluss irgendwo hier reinstecken oder was noch mal anrufen doch noch mal anrufen ich denke mal ich gehe weiter in einen anderen raum ich gehe einfach weiter wir finden es schon gelbes rohr das rohr ist wichtig gelb ist immer wichtig und dann verschwindet das rohr wo hier hier ist ein schlüsselloch und dann der große hebel so rätsel kommen wir in so ein riesige rätsel mit umfüllen ich ruf noch mal finlay hin es wird sich immanuel was nächst du wundervolle ponten und ich meine flotter zu der fucking brum hold on a minute ponten sind alle ready fuck full of oil und gas das might push it all up to the deck wir haben keine Chance das ganze regt kann über flotten das ponten will at least give us a fighting chance aber Brodie is he noch da in der he'll be out in der binu he's done his part we just have to do all right wo ist er? wenn du mich holen ihr wer Flotter ist für den 200 F***s 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 Ich denke mal nicht mehr lange. Ich möchte es nicht mehr machen. Deshalb ist es jetzt, was bringt, dieses Ding auszurichten. Wir werden alle verrecken. All right, that's done. Now what? That's it. Come on. Come on. Come on, what? Let's move. Better work. Fucking aye! See? Fucking aye! Thank Christ, finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in Drill Ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're gonna be all right, Kat. There? I meet you there. Fuck! Ist der Protagonist eigentlich schottisch? Die sind alle Schotten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Fuck! Jesus! Was ist denn da? Du gehst doch mal für die fucking Sache! Was ist denn da? Fuck! Ich habe mich verloren. Minimal! Minimal! Aber das ist okay. Solange ich mich so zu einem Monster wie die anderen bin. Weiß auf dem Boden. Exide. Okay, galore. Und jetzt ausrutschen. Nein, 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 nein! Rennig ist es, der macht das... Oh mein Gott, da hab ich mich erschreckt! Diese dummen Nudeln! Nein! Ich seh nix! Wieso mach ich Schwimmbewegungen? Bin ich unter Wasser? Hier war doch grad kein Wasser! Geiler Soundtrack unter Wasser! Geiler Soundtrack unter Wasser! Shit! Ah! Sie fluten jetzt das ganze Deck, damit sie die Bohrinsel umdrehen können, also wieder ausbalancieren können. Aber ich frag mich... Aussteigen vielleicht? Irgendwie? Achso, das ist nur Luft holen hier. Aber ich frag mich, was bringt das, wenn überall Löcher drin sind und da eh Wasser reinläuft? Das Ding ersüppelt doch trotzdem, so oder so. Das Ding ersüppelt doch trotzdem, so oder so. Ja, siehst du, ausbalancing, aber sinkt halt trotzdem weiter. Junge, dieses Maul! Jesus, fuck! Jesus, fuck! Die Augen da oben, ja. Die Augen da oben, ja. Als ob irgendjemand retten kommt. Ja, ich mein, auch wenn, sag ich mal, die das jetzt ausbalancieren und das Ding sinkt nicht mehr. Wie wollen die hier überleben? Bei diesem komischen Alienvieh. Aber so sind wir Menschen, ne? Die Hoffnung geben wir als letztes auf. Egal, wie unsinnig es ist, wir machen immer weiter. Die UC ist bisher sehr nice, Freight. Schwer, aber nice. Seg. Schüs! 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 Wo っs? Schüs! 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 Oh, schüs. Es waren Lebens为什么 dort, J웠 4 Monster teenagers ali! er ist schon ein ronaldo-fan seit 1975 einfach weitermachen ich dachte es mir schon den ganzen abend jetzt die ganzen jetzt das erste mal hat er so geschrien die jungen Das ist halt so weird, dass der Kopf riesig geworden ist, Mann. Alle werden so verformt und so irgendwie auseinandergezogen, mit den anderen irgendwie zusammengeklebt oder so. Rennicks Kopf wird einfach riesig. Das nasse Grab des Davy Rennick. Ich muss hier die Scheiße kommen. Finlay. Was ist passiert? Junge, hier sieht es einfach aus wie Alan Wake 2. Er opfert sich. Was heißt opfert sich? Er kommt nicht mehr raus. Ich bin immer noch in den Pontoonen. Ich habe nur ein paar Minuten. Ich kann es nicht aufhören. Es ist eine Zeitbomb, jetzt. Du verstehst? Eine Sparke, dann... Du musst es finden, ein Weg zu finden. Geh zurück hier und wir werden es tun, ja? Ich kann es nicht so machen. Was? Ich kann es nicht zurück. Nein, es ist es. Ich bin sorry. Wait, listen. Du bist auf deinem eigenen. Ich komme zu dir. All right? Nein, du nicht. Du kannst es nicht mehr aufhören. Die Legge sind in den Gas. Es ist nicht möglich. Du hast dein Divegear? Aye, aber... So du kannst das? Es ist ein Divegear. Es ist kein Divegear. Ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun, als auch. Listen, ich bin okay, Kaz. Ich bin... Ich bin schon wieder zurück in Skye. Oh, Mann. Everything's fine. Aye. That sounds beautiful. You go one day. All right? Oh, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finlay, you could do this, all right? I'm sure she won't do something so stupid. Rory, you there? Kaz! What's stupid? Talk to me. It's getting higher. Oh, come on, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. Brody, I'm here. Get him! Brody. Oh, fuck. Brody. Jesus. Brody. What the fuck? How was this happening? What do we think now, Finlay? It doesn't matter. Jesus, you don't think I'm Mars. He was always going to die. Oh, I'm always. You see that? No, he's saying, I'm not going to die in the air. She's playing with fire. And we're doing a whole hell. Watch your pals turn into monsters. Never once. Never fucking once. And we tried today, we needed to be done. Captain, all right, what do you mean? I mean, I'm in the night. Ah, okay. Fuck you now. Funder. No. Come back. Sie will jetzt wirklich alles in die Luft jagen. Funder! Sie will alles in die Luft jagen. Ja, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und ich glaube, auch die beiden werden nicht überleben. Wir sind nicht überleben, aber das ist nicht überleben. Und wir sind nicht überlegen. Das war das, was wir sind. Wir haben nicht überleben. Nein! Mein Geld bitte geht auch langsam auf. Ah, für fuck's sake! Ich dachte ich kann da runterspringen. Ah, fuck! Halber Weltuntergang hier. Ein Loch! Ein Loch! Ein Loch! In der Mitte wo das ganze Ding rauskommt, der ist ja einfach so ein straight up ein komplettes Loch nach unten. Oh, das ist Finley! Finley hatte kurz Glatze gehabt. Ein Loch! Ich hab meine Frau. Ich will nur wieder zurück zur Familie. Zu meinen Weins. Ich hab mein Junge. Ich hab mein Junge. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht wieder gesehen. Ich hab ihn. Ich hab ihn selbst gesagt. Das ist schade. Ich hab ihn nicht gehört. Scheiße, ich hab ihn. Ich hab ihn nicht mich für. Ich weiß, es werden. Ich weiß, was wir tun. Ich habe ihn, dass er unterwegs ist. Was meinst? Herr Kier? Nein! Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. die kamera geht automatisch auf sie und dadurch kriegt sie eine glatze welcher mit dem stick weg dann kriegst du wieder haare ich habe die ganze zeit gerade so ein bisschen angekämpft gegen die intended kamera damit sie wieder haare hat ja und so bin ich nur noch alleine zack zack aber da habe ich aber da weg da weg sondern der mitte ist ein straight up ein komplettes loch nach unten den ganzen bohrer runter wenn wir da jetzt das feuerzeug runter werfen alles weg und die nordsee ist versaut in der nordsee wird es keine fische mehr geben aber ich glaube auch jetzt auch jetzt schon nicht wenn auch wenn wir es jetzt nicht weg nuken ich glaube es ist eh schon zu spät das ganze öl ist schon im wasser wir sind sogar schon unter dem bohrer dieser beat ist quasi der herzschlag von dem viech ne das blutwasser durch fließt das war's das war's die bohrinsel und all unsere kameraden also Er hat sich ja bis zum Ende nicht verwandelt. Oh, mit einem großen Mann zu trinken. Jesus, Cass. Ich möchte wirklich über Roy denken. Jesus. Können Sie auf den Weg kommen? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, ich finde das. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als alles in dieser ganzen Welt. Was du das, Van Pot? Waren du so bad, yourself? All things considered? Marry me. Was? Ich bin echt. Marry me. Ich werde mir schönes. Ich werde mein ganzes Leben mit dir. Sie ist perfekt. Sie sieht einfach wie du. Danke, Gott, für das. Ich habe deine Augen gesehen. Ich habe deine Augen gesehen. Ich bin sorry, Cass. Ich weiß, dass ich ihn nicht wollte. Ah, fuck ihn. Der Bastard war nicht interessiert in mich. Warum würde er über sie interessiert? Wir haben dich in diese Weise, Cass. Ich werde never leave you, Susanne. Ich werde dich auf deinem Seite für immer. Ich werde immer hier sein. Ich werde immer hier für das, Wayne. Ich werde dich Tschüss, wach auf. Nein, das war doch nicht einfach alles nur ein Traum. Das wäre mega whack. Das ist Chet, der unten da. Das war wirklich alles ein Traum, weil der unten da, das ist Rakin, der riesige Kopf. Ach, das ist der Tag, an dem man abreißt. I'm sorry it's been so hard. I just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather us. I just wanted to say that to you, Gath. To keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. My man. My love. Das ist jetzt das Wunschdenken, was er sich gewünscht hat, dass er eine Frau ihm für einen Brief schreibt, oder was? Weil so hat er das Spiel angefangen, mit dem Brief. Ne? So hat das Spiel ja angefangen, aber der Brief am Anfang war nicht so nett. Oder das ist ein zweiter Brief, den sie vielleicht nochmal geschrieben hat. Vielleicht ein zweiter Brief, ne? Nachdem er gestorben ist. Der Brief, der nie angekommen ist, ja. 232 Facts in diesem Game. Und Corinne, Dankeschön für 10 Monate, Dankeschön. Jetzt wurde fertig, bis mit dem Gaineson, soll ich mir holen, das Game and the Thing. Ja, es war schon ganz cool. Es war schon ganz cool. Also ich mochte die Szenerie sehr gerne. Das Setting war sehr cool. Die Optik war sehr cool. Atmosphärisch war das sehr nice. Das Gameplay war halt so ein bisschen, ja. Ein bisschen downer. Weil die haben halt versucht, so ein Dead Space zu machen, aber halt ohne Kämpfen. Und dafür war es dann doch ein bisschen zu lang. Für das Gameplay. Ja, da sind sie erst mal. Erst mal vorhin. Ich fand's nice, dass man die Monster nie wirklich zu identifizierbar war. Ja, ich fand generell die Monster ganz cool. Also die Designs der Monster waren cool. Die waren alle so, ja wirklich, wie Carrion. So Carrion, aber ein bisschen mehr menschlicher. Das war cool. Die Designs waren cool. Ich hätte halt gerne... Es ist einerseits natürlich nice, ne. Ein, 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 sag ich mal. Etwas zu haben, wo du nichts erfährst. Über das Monster. Sondern einfach nur in dieses Setting reingeworfen wirst. Ne. So Cloverfield mäßig. Du weißt nicht, was abgeht. Du weißt nicht, wieso da irgendwelche Monster sind oder so. Es passiert einfach. Aber ich sag's, wie es ist. Ich hätte schon echt gerne irgendwie nur ein bisschen Lore dazu bekommen. Was das da ist. Hätte schon gerne gewusst, was dieses Ding ist, ne. War interessant, ja. Also ich kann auch verstehen, auf jeden Fall auf der einen Seite, dass man so eine Story erzählen will, wo du nichts darüber weißt. Und du spielst einfach nur random Leute in so einem Katastrophenszenario, wo irgendwelche Monster, Aliens dich angreifen und du weißt gar nichts. Und der Fokus ist einfach nur auf diese Leute und wie sie versuchen dort zu überleben. Ich gette das. Das ist auch eine coole Art und Weise. Aber ja, ich hätte trotzdem irgendwie gerne mehr gewusst. Ich hätte es gerne mehr gewusst. Lovecraft macht das auch gerne mit diesen mysteriösen Unbekannten, das da lauert und von dem man nicht genau weiß, was es ist, was es macht, wo es herkommt etc. Ja, aber bei Lovecraft, die Sachen, die ich jetzt so bisher gespielt habe, die so von Lovecraft-Stories auf Lovecraft-Stories basieren, da wurde trotzdem immer mal erklärt, woher dieses Ding kommt, wieso dieses Ding kommt, wer das hergebracht hat und so. Da gibt es ja immer irgendeinen Kult und so, ne. Du hast immer trotzdem irgendwie so ein bisschen Lore drumherum um dieses, diese Lovecraft-Shit. Aber ja, hätte man vielleicht das noch größer gesponnen, dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen zu groß und für dieses Gameplay... Also länger hätte ich das jetzt nicht spielen können, weil das war schon dieses nur die ganze Zeit von A nach B laufen, Ventil drehen, dann wieder woanders hinlaufen, wieder Ventil drehen, jetzt mal einen Hebel ziehen oder einen Knopf drücken, dann wieder zum nächsten Ventil laufen. Das war schon ab einem Punkt. Auch wenn alles sehr schön anzusehen war, war es ab einem Punkt schon ein bisschen... Ja, habt jetzt schon genug an den Dingern gedreht, wa? Aber wäre sehr cool. Vor allem die Synchronisation war auch sehr gut gemacht. Die war echt sehr schön gemacht. Das Acting war gut. Aber ich will jetzt wissen, was dieses rote Ding ist. Wo kommt das her? Geil fand ich an den Viechern, wenn sie draußen waren, wie sie sich so schnell bewegt haben, dass es so... so unnatürlich aussah. Weil die so zu schnell waren. Das war cool. Hat zu denen gepasst. Nee, ich denke nicht, dass da ein Deal-Zieh kommt. Aber 35 Euro, Chad? Ich kann mir gut vorstellen, dass vielen Leuten diese 35 Euro nicht schmecken würden. Ich kann es verstehen, aber... Es war schon sehr... sehr hochwertig. Es war schon sehr hochwertig. Und lieber spiele ich sowas, als ein 40-Stunden-Spiel, was viel zu lange gezogen ist. und dann 60 Euro gekostet hat. Das war ja schon optisch... eigentlich schon auf AAA-Niveau. Optisch, ne? Und da finde ich schon 35 Euro schon gut. Aber ja, für viele zählt halt die Länge. Aber das ist es halt ja auch, ne? Was immer so Videogames so ein bisschen runterzieht. Weil die großen Studios, die AAA-Studios, die müssen immer Spiele machen, die groß und lang sind. Die lange Leute festhalten. Äh, ne? Es dürfen keine kurzen Spiele sein. Und wenn es halt ein kurzes Spiel ist, dann heißt es direkt, für fünf Stunden so viel Geld? Nah. Aber das, was die da aufgebaut haben, das war schon sehr aufwendig. Kann mir vorstellen, dass das schon sehr, sehr viel Arbeit war. Es sah alles sehr händisch gemacht aus, sage ich mal. Nicht irgendwelche Asset-Flips, nicht irgendwelche vorgefertigten Sachen oder so, sondern es sah schon alles sehr, sehr händisch gemacht. Die ganzen Strukturen dieser Beunsel. Ja, die mussten echte Bautpläne reingucken. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir sogar auch dort waren. Dort einen Besuch hatten und dann irgendwie Fotos dort gemacht haben und so. Es war auf jeden Fall sehr detailliert, sage ich mal. Auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Und das war sehr nice. Ein gemütlicher Spaziergang. Gibt es Speedruns? Gibt es ein Speedrun-Trophäe? Wenn ich jetzt so ein Trophäe bekomme für gemütlicher Spaziergang. So wie, ja, hast ganz schön langsam gespielt, was? Ja. 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 Ja.